Herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf meinem Podcast, Stammgast-Episode, Fritz und Flex, Volume 4 in 2024. Wie war dein Wochenende? Bleib ich mich erstmal hallo und begrüßen und alles? Hi. Hallo. Ist nicht mehr jetzt, wir müssen... Wochenende war gut. Achso, nee, Wochenende war Stress bei mir. Familie war da. Und wie soll es anders sein? Frausfamilie war da. Plus, meine Familie aus Polen war auch da. Aber unabgestimmt. Einfach gleiches Wochenende sich gepickt. Und dann war natürlich, okay, du willst irgendwie beide Parteien irgendwie zufriedenstellen. Also das heißt, mit der einen Partei irgendwie getroffen, dann mit der anderen. Dann am Morgen mit der einen Partei schnell irgendwo zum Kinderspielplatz, um die Kinder irgendwie zufriedenzustellen. Dann mit der anderen Partei irgendwie abends getroffen, mit Dingen was gekocht und gegessen. Und was richtig cool war, war, die Hunde waren auch da. Das heißt, ich habe Anubis wieder gesehen und der war wieder bei mir. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und Frauschen auch. Ja, ansonsten, ja, Wochenende hat sich dann relativ, ja, gezogen, sage ich mal. Weil du hast so viel zu tun gehabt. Wir waren relativ früh auf den Beinen. Weißt ja, wie das ist. Fährst dann irgendwie zum Ramburger Tor. Dann zeigst du ein bisschen was von Berlin. Dann machst du hier was. Dann geht man da irgendwie was essen. Dann bereitet man was für die Eltern vor. Dann Kaffeekuchen machen hier und da. Jetzt wirst du angerufen. Das ist natürlich ein, äh... Unpassender Moment. Oder? Du störst. Wieso? Weil wir Podcasts drehen. Ah. Du bist jetzt live im Take. Bin ich jetzt mit drin? Sollen wir das drin lassen? Ja. Einfach so random? Ja. Also für die Zuschauer, das ist der Bruder von Fritz. Das ist der Schönere. Der Schönere. Aber, ja, er erfüllt wenigstens die Behindertenquote im Fußballverein. Deswegen kriegt er auch ein paar Prozent mehr an Gehalt wahrscheinlich. Können die steuerlich geltend machen. Schön, dass du dabei warst. Schön ist es aber. Willst du noch was Produktives hinzufügen? Oder willst du jetzt nur als Störer in die Geschichte eingen des Podcastes? Ich bleibe als Störer da. Das reicht mir. Alles klar. Vom Störmer zum Störer. Ja, ey. Ein paar Buchstaben ausgetauscht. Ciao, Willi. Wenn das nicht mal real war. Ja, okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Montag war dann ein Frauchens Geburtstag. Dann haben wir nochmal zusammen gefeiert. Und dann war das Wochenende auch vorbei. Hatte ein bisschen gesundheitliche... Du hörst an meiner Stimme so ein bisschen rauer und Nase ein bisschen verrotzter. Hat sich so zwei Tage ein bisschen gezogen. Deswegen hat es die Trainingspause, was mich ein bisschen ärgert. Aber ja, das war mein Wochenende. Über deins. Wie ist deine Prep? Naja, durch Trainingspause natürlich jetzt ein bisschen so stagniert. Aber ja, ansonsten haben wir jetzt eigentlich... Eigentlich hätten wir ab Montag angezogen, da natürlich die Gesundheit gesagt hat, nö. Das ist jetzt erstmal das. Wir haben Kalorien gesenkt und Kalio erhöht. Aber alles noch im Maße. Also nicht exorbitant. Wir haben 15 Minuten Kalio erhöht an Trainingstagen. Und ich glaube, wir sind 300 Kalorien runtergegangen. Also jetzt noch alles easy. Wie geht man... Also wenn du jetzt eine Erkettung hast, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Na, ich bin wirklich da so strikt. Ich trainiere dann gar nicht. Ich versuche dann nur meine Tagesaktivität durch Schritte reinzubekommen. Ernährung, so gut es geht, halt durchzuziehen. Wenn du natürlich merkst, dass dein Körper so ein bisschen ausgelaugter ist und einfach irgendwo Energie braucht, dann esse ich mal hier und da ein paar mehr Kohlenhydrate, um einfach die Energie zu bereitstellen. oder esse dann halt irgendwas, wo ich sage, okay, das tut mir gut. Keine Ahnung, ob es jetzt eine Hühnersuppe ist oder irgendwas, wo einfach nochmal ein bisschen Flüssigkeit mit reinkommt. Ich finde, Suppe ist so underrated. Ey, mega. Generell als Essen. Weil man immer sagt, man hat irgendwie... Also wenn man viel essen will, wo man sich richtig satt fühlt, wo es einem dann besser geht und vielleicht auch noch ein bisschen irgendwie was Gesundes haben will. Also Suppe kochen hast du immer für drei, vier Tage, bist du eigentlich... Ja. Eine Mahlzeit ist safe und gerade wenn du irgendwie so Diät hast, eigentlich beste... Also wer meine Videos verfolgt hat aus meiner letzten Prep, der wird in einem Video gesehen haben, ich hatte ja in meiner letzten Prep zum Beispiel Null Carbs Days, also wirklich gar keine Kohlenhydrate. Also beziehungsweise gar keine Kohlenhydrate ist immer so ein Mythos, weil irgendwie hast du bei Greens immer mal hier drei Gramm, da mal sechs Gramm und sowas, aber die sind quasi nicht zu tracken. Aber ich habe mir tatsächlich... An den Tagen hatte ich 800 Gramm Hähnchen zu essen und ich habe mir dann einfach eine Gemüsebrühe gekocht. Also einfach wirklich Wasser aufgekocht, Gemüsebrühe, dieses Pulver reingemacht, das ganze Fleisch da mit reingeschmissen, ein paar Karotten, ein bisschen Sellerie und Co. einfach das, was man da so reinmacht halt in Gemüsebrühe. Habe das dann eine Stunde gekocht, dann war das Hähnchen schön so zerkocht, weißt du, wie du so faserig... Frickasseen-mäßig. Ja, konntest du so auseinanderreißen. Und dann habe ich mir daraus drei, vier Portionen gemacht und habe dann alle zwei Stunden mal so einen Teller Suppe gegessen. Natürlich dann ohne Null und Co. Weil ja, null Carbs. Aber das war halt geil, weil du hast ein bisschen Geschmack, das Hähnchen war nicht trocken, es war in der Suppe eingelegt. Und ich wette, wahrscheinlich kennst du ein paar Leute, die auch aus dem Ostblock kommen, diese Transformation von Suppen, wenn Mama so einen riesigen Topf Hühnersuppe gemacht hat, am nächsten Tag war es einmal aus dem Hühnersuppentopf eine Tomatensuppe-Topf geworden, dann auf einmal war es eine andere Suppe, also so, dann wurde mal Tomatenmark hinzugegeben, dann war es auf einmal eine Tomatensuppe, dann dachte ich, okay, wir haben eine Woche lang aus einem Topf jetzt irgendwas Neues rein, also du kannst halt easy einfach auch neue Karotten und so reinschmeißen. Das kenne ich ja so, also diese Hühnerfrikassee zum Beispiel, desto größer die Portion ist, die du kochst, desto besser wird die ganze Geschichte. Weshalb ich generell finde, dass das echt auch underrated ist. Hühnerfrikassee finde ich ist so geil, es macht halt nur einfach sieben Stunden Arbeit oder so, das zu kochen, deshalb macht man es wahrscheinlich nicht so gerne, aber dieses ganze klassische Kantinenessen gibt ganz viel davon, was ich gefühlt jeden Tag essen könnte. Also wenn es hier eine krasse Kantine geben würde, die geil kochen würde, nicht nur so ein Dreck, also so Hühnerfrikassee, Goulash, Gyros, so die ganzen Massendinger, da würde ich safe hinlatschen jeden Tag und nicht nur immer im Restaurant. Also ich habe ja zu meiner Studienzeit bei uns hier, ist ja auch nicht weit von dir, die Beuth, da ist die Mensa und die hatten, ich schwöre es euch, das war so günstig als Student dort zu essen, du hattest immer drei Preiskategorien, du hattest immer den Preis für Leute, die von der Straße quasi kommen, also normale Besucher konnten dort essen gehen, dann hattest du einmal die Studierenden und du hattest einmal das Lehrpersonal. Das Lehrpersonal hat quasi auch ein bisschen mehr bezahlt, aber halt deutlich günstiger als Leute, die von der Straße da nur essen gehen und das war halt so cool, weil du hattest mehrere Stationen, also das ist immer so eine Dame, die das dann bedient hat und es gab halt so eine Salattheke, da gab es dann drei verschiedene Salatgrößen, also so Schälchen und du konntest die belegen, wie du willst. Und du glaubst mir, als Student hast du Jenga, Salat-Jenga durchgespielt. Du hast das so aufgebaut, dass unten die Salatblätter quasi das Fundament bauen, dann hast du so die Tomaten reingedrückt, dann hast du immer gepresst, dann die rote Beete, dann gepresst, Rotkohl, gepresst und dann war die Schale so voll, so ein Turm aus Salat, aber 60 Cent. 60 Cent, so ein riesiger Salat und genau das Gleiche war mit Kartoffeln und Reis. Die beiden haben auch 60 Cent gekostet und du konntest essen, wie viel du willst. Du konntest dir den Teller vollhauen. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr noch studiert, ich hoffe, keiner von den Mensa-Mitarbeitern hört das, aber passt auf, Tipp. Wenn es Schnitzel oder Fleisch gibt, legt das Schnitzel erst auf den Teller, dann macht ihr einen riesen Haufen Reis über das Schnitzel, versteckt quasi das Schnitzel über der Beilage und nimmt das zweite Schnitzel und legt es dazwischen. Dann denkt die Mitarbeiterin, ihr habt einen Schnitzel und die Beilage und berechnet euch nur einen Schnitzel und ihr habt einen Schnitzel umsonst gesneakt. Oder halt zwei, je nachdem, wie hoch der Turm gebaut wurde. Ich war ja so ein, naja, je nachdem, wie lange der Tag war, habe ich mir halt manchmal so zwei Schnitzel gebunkert, Reis drüber, dritte Schnitzel auf der Seite und dann Tupperdosen rausgekramt am Tisch und dann einfach so ein Schnitzel da rein, ein Schnitzel da rein, Reis hier, Reis da und dann hatte ich für die nächsten zwei Pausen immer noch was über. Ja, manchmal hatten wir bis 19 Unterricht oder Kartoffeln genauso. Habe ich mir Kartoffeln gesneakt und Teller voll mit 60 Cent Kartoffeln gemacht. Und dann einfach eine Portion da, eine Portion da und dann für später mal so ein bisschen was gehabt. Das ist aber wie du sagst, es ist mega lecker gewesen. Ich würde sagen, ich gehe, ich meine, die Beutern doch mal. Musst du mal ausprobieren. Also wenn du da in der Nähe bist, wirklich, ich glaube von 11 bis 14 Uhr hatten wir Mittag und das ist auch für Leute, die quasi nicht studieren und ohne Mensakarte. Das ist ein Witz. Also ich kenne doch bestimmt wen mit einer Mensakarte. Ja, ich habe auch ganz oft für Leute mal so, wenn Freunde vorbeigekommen sind, hey, kannst du mal mitbezahlen, kriegst du von mir die Kohle und dann easy. Dreck. Ich habe jetzt eine Schale bekommen. Der war auch durchgespielt mit Pudding Jenga. Das Ding, musstest du beim Laufen aufpassen, weil ich links und rechts rüber quält. Das war schon sehr geil. Ja, also, aber Essen war super. Weißt du ja selber, am Leo hast du halt auch noch tausend Möglichkeiten, Gemüse-Döner und hier Asiate und da irgendwas. Da gab es früher mal einen Laden, der hieß irgendwie Deluxe Chicken. Da gab es für 5 Euro ein Studentenmenü, da hast du ein halbes Hähnchen, Pommes, Reis oder so Veggies und Salat bekommen für einen Fünfer. Also ist halt so geschenkt gewesen. Das war schon cool. Immer in der Mittagspause gab es dann immer so Zeiten, so von 12 bis 14 Uhr, haben die das angeboten, war dann auch entspannt. Hast du ein bisschen Hummus bekommen, bisschen Tumi, diese Knoblauchpaste und so weiter. War schon geil. Ich bereue gerade, nicht studiert zu haben. Ich weiß dir, das war Highlight. Ich weiß dir, das war wirklich mein Highlight. Ich war letztens sogar da gewesen, habe einen Professor besucht, weil sich quasi das Blatt gewendet hat und ich bin jetzt derjenige, den sie in den Arsch kriechen müssten, weil sie was von mir wollen. Die wollen Ausstattung haben für das Institut, oder? Genau, die wollen für das Sanitärelabor eine Feldabstelle haben, als Versuchstand. Und hatten mit mir da gesprochen gehabt und ich werde da eine Spende quasi durch meine Firma für die veranlassen. Und habe dann abgeklärt, wegen Aufstellort und wie die das machen und was man quasi als Fett dann als Simulation benutzt, weil du kannst ja schlecht immer Fett durchjagen und dann den Leuten zeigen, wie Fett. Aber du kannst ja Paraffin nehmen, es gibt so Paraffin-Kübelchen, die du dann einleitest, weil die haben die gleiche Viskosität und Dichte von Fett und dann schwimmt es halt oben und dann kannst du halt wirklich den Vorgang simulieren, wie dann so ein Fettabsteller dann das Fett separiert. Aber war das dein ehemaliger Professor? Ja. Okay, wie war dein Verhältnis zu dem? Das war entspannt. Und damals? Ich hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu den Professoren, muss ich sagen. Das hat sich dann wirklich geändert nach der Schulzeit, dass es ist halt immer auf Augenhöhe. Du bist halt auch nicht gezwungen, in die Uni zu gehen, das ist alles auf freiwilliger Basis, du hast halt so Übungen, wo Anwesenheitspflicht herrscht, aber alles andere ist halt auf, also seminaristischer Unterricht ist immer auf, wie du Lust und Laune hast. Du kannst dir die Unterlagen, die Skripte alle runterladen. Es gibt so einen Online-Zugang, Moodle heißt das, werden alle Studenten kennen. Und dann gehst du quasi rauf und dann hast du dein, weiß ich nicht, Sanitärtechnik 3 und dann siehst du seminaristischer Unterricht und dann kannst du wirklich jedes Skript runterladen und du es selber quasi reinlesen. Aber ich war immer so ein Typ, ich dachte mir so, warum soll ich mir das selber antun, wenn ich mir einfach anhören kann und wenn ich eine Frage habe, stelle ich aber die Frage. Und war dann halt immer im Unterricht und es hat sich auch bewahrheitet, dass das schon Sinn macht. Also dieses kontinuierliche Dranbleiben ist schon gut. Das ist auch ein Tipp von mir an alle Studierenden, die hier gerade zuhören oder eventuell studieren möchten. Denkt dran, ihr macht das für euch und ihr wollt ja später auch Fachidioten sein, also lernt das auch. Weil es ist nichts peinlicher, als wenn du in der Branche bist und du kriegst eine Frage gestellt und du kannst sie aber nicht beantworten und eigentlich müsstest du sie beantworten können. So wie wenn ich dich frage, in welchem Wiederholungsbereich soll ich eigentlich für Muskelaufbau trainieren und du sagst so, ja, also muss ich mal nachfragen bei meinen Kollegen oder so. Ja, es kommt halt unprofessionell. Deswegen tut euch selber den Gefallen. Ich weiß, manchmal ist es cool, wenn Sonne scheint und einfach mal mit den Jungs lieber rausgehen würde. Aber denkt dran, ihr tut es für euch. Seht das auch wie eure Arbeit an und geht zum seminaristischen Unterricht und nehmt damit das Wissen quasi, was ihr euch aneignen möchtet. Genau, sonst seid ihr keine Fachidioten, sondern nur Idioten. Ja, genau so ist es. Also du weißt ja selber, worauf ich hinaus will. Es macht schon Sinn, weil du zahlst ja auch irgendwo Semestergebühren dafür. Ich frage mich dann halt immer, es gibt genug Leute, die wirklich studieren wollen, und es mit ernsten Absichten machen und vielleicht haben die einen besseren NC gehabt, rutschen dann rein, aber nutzen gar nicht die Möglichkeit. Und jemand, der einen schlechteren NC hätte, würde wahrscheinlich die Möglichkeit nutzen wollen, aber hat dann die Möglichkeit nicht bekommen. Deswegen finde ich immer, seid so fair und nehmt es mit. Ja, ich finde in Deutschland generell, wir haben eigentlich, also es wird sich immer nur beschwert über alles, aber wir haben so eine breite Verfügbarkeit von Information und Bildung. Also Studieren und Ausbildung kostet bei uns so wenig, wenn man sich überlegt, auf welchem Standard wird es, vor allem jetzt so Ingenieursberufe, Medizin, also was für ein Level bei uns ausgebildet wird, was man für einen Zugriff bekommt dann an Qualität und dafür wir eigentlich nicht zahlen müssen, während man in anderen Ländern irgendwie die Kredite aufnehmen müssen, dafür irgendeinen Scheiß zu studieren. Da ist ja echt Luxus, deshalb kommen ja so viele auch her. Es wird immer schwierig, dass wir es selbst einfach nicht so zu schätzen wissen. Und dann in Berlin so dieser Studenten-Lifestyle existiert. Das gefühlt alle studieren oder so tun, als wären sie Studenten. Diese Langzeitstudenten. Und dieser Lifestyle ist dann ja, ich kriege hier ja ein Fahrticket und kann die Bibliothek und dabei ich mache halt keinen Abschluss und ziehe aber die ganze Zeit irgendwie Ressourcen vom Staat an Steuergeldern. Finde ich extrem schwierig. Bei mir in der Physiotherapie-Ausbildung war es ja so, du musstest selbst für die Ausbildung bezahlen und dann waren halt die Dozenten scheiße. Und das hat mich richtig aufgeregt, dass es sinnlos war, für mich da hinzugehen, weil das inhaltlich Verschwendung meiner Zeit war und ich es nicht alleine lernen konnte, weil ich Anwesenheitspflicht hatte. Hat mich extrem genervt, weil es alles so, ich meine, das ist ja so eine Berufsgruppe, dadurch, dass da so viel Mangel ist, dass jeder diese Privatausbildung machen kann. Das heißt, du hast in der Klasse eigentlich 80% Vollidioten, die das eigentlich auch gar nicht machen wollen. Also an meiner Schule war es, glaube ich, so 80%, die angefangen haben, haben die nicht fertig gemacht. Das heißt, du hattest so in den ersten zwei, drei Semestern hattest du wirklich nur Fallobst und dann, die am Ende da geblieben sind, dann war es zumindest so, okay, die wollen das durchziehen. Aber wenn du halt, das ist ja im Studium oft genauso das Problem, wenn du so viele hast, die gar nicht wissen, was sie machen sollen und deshalb machen die jetzt sowas. Ich finde, da merkt man wieder in der Schule, dass du eigentlich gar nicht eine Perspektive darauf bekommst, wie die Arbeitswelt irgendwie ist, weil du ja gar nicht, wenn Leute nicht wissen, was sie machen wollen, dann hängt es bestimmt einerseits damit zusammen, dass sie einfach sehr jung sind und noch nicht viel von der Welt gesehen haben. Und auf der anderen Seite, Schulunterricht gibt dir ja keine Perspektive darauf, wie die Welt ist, außer in der Schule. Weshalb ich es immer ironisch finde, dass Lehrer in der Schule dir was für die Arbeitswelt beibringen wollen. Obwohl sie dann nichts in der Arbeit zu suchen hatten. Sondern bisher nur in der Schule war. Also jemand, der zur Schule geht, um danach seine Zeit in der Schule zu verbringen, was will der dir denn für das richtige Leben beibringen, wenn der immer nur in der Schule war? Also erst auf der Bank und dann vor der Bank. Das finde ich ganz cool. Zum Beispiel an der Beuth hattest du sehr, sehr viele Lehrkräfte und Dozenten, die zum Beispiel selbstständig waren und ein eigenes Ingenieurbüro geführt haben und zum Beispiel Schwerpunkt Elektrotechnik hatten und an Elektrotechnik gelernt haben. Also das heißt, du hattest wirklich deine 90 Minuten oder mal zwei Blöcke am Stück mit jemandem, der wirklich aus dieser Branche kommt und dir auch aus der Realität mal Projekte zeigen konnte und sagen konnte, ey, guck mal, pass mal auf, bei dem und dem Projekt hatte ich Folgendes, zeige ich euch. Und dann zeigt er uns irgendwas und sagt, ey, da müsst ihr aufpassen, weil das kann euch das Genick brechen, wenn ihr das in einer echten Marktwirtschaft dann später so umsetzt, weil das, das, der und der Punkt muss eingehalten werden, sonst Gesetz so und so greift da und da. Und das war halt sehr nahe, aber das, was du sagst, ist natürlich komplett sinnvoll, weil jemand, der noch nie in einer freien Marktwirtschaft gearbeitet hat, kann dir schlecht davon erzählen, wie man, keine Ahnung, Steuern spart oder irgendwas. Auch Arbeiten geht. Also allein schon, was ist ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis? Also was ist daran wichtig? Wie behandelst du deinen Arbeitgeber? Welche Perspektive solltest du auf deine Berufserfahrung haben? Also allein schon, wo ist der Unterschied zwischen, du bist sechs Monate in einem Beruf oder sechs Jahre oder du kannst dich mit jemandem unterhalten, der 54 ist und den Job seit 14 Jahren macht beispielsweise, seitdem er 40 ist. Du kannst ja allein darüber halt sehr viel lernen. Und das ist, wenn du, also desto freier der Bereich ist, in dem du bist, desto mehr Einflüsse hat, desto mehr hast du die Möglichkeit, was zu lernen. Und während in der Schule du ja ganz wenig die Möglichkeit hast, wirklich was zu lernen, weil das ja ein total abgekapselter Bereich ist, der, wenn wir uns das mal genau angucken, also ich meine, wir waren keine coolen Schüler, so für die meisten Lehrer, weil uns viele Sachen nicht wirklich interessiert haben. Und die Frage ist, warum? Weil es waren immer wieder Lehrer dabei, wo wir dann die besten Schüler waren, weil wir Bock hatten. Lagt es jetzt an uns oder liegt es am System? Also sicherlich immer ein bisschen an beidem, aber der Schüler, auf den die Lehrer keinen Bock haben, der ist der, der darunter leidet. Aber was meinst du mit dem System in dem Fall? Also inwiefern? Nein, der Lehrer kriegt ja sein Geld jeden Monat. Ob der jetzt guter Lehrer ist oder kein guter Lehrer ist, der muss sich ja keine Mühe geben, dass sie nicht leistungsbezogen bezahlt werden, sondern einfach pauschal so, hier, du kriegst ja eine zweieinhalb. Ob du jetzt gut unterrichtest, ob du jetzt dich hinsetzt und Zeitung liest und dir einfach sagst, hier macht Aufgabe 1 bis 4 in Workbook. Na, erstmal sind es ja viereinhalb und nicht zweieinhalb. Da geht es ja schon mal los. Also völlig, völlig utopisch dafür, dass es keine Ansprüche an dieses System gibt eigentlich. Wo wir wieder bei den PISA-Studien etc. Also es gibt keinen Anspruch an das System, aber Geld kommt von alleine, weil die freie Wirtschaft halt viel Geld verdient. Aber in der richtigen Welt ist es ja ganz anders. Wenn du keine Leistung bringst, wirst du nicht aufsteigen können im Gehaltssystem. Also selbst in den, ich sag jetzt mal, klassischen Konzernen, den klassischen Familienunternehmen, also ich sag jetzt mal, klassischer deutscher Konzern, Aushängeschild Volkswagen, bezahlt sehr gut, mit sehr viel Sicherheit, für relativ simple Jobs. Ich sag jetzt mal, am Band einen Motor zusammenschrauben, da verändert sich relativ wenig. Du brauchst nur eine hohe Zuverlässigkeit als Mitarbeiter. Du musst dir Mühe geben und du musst in gewisser Weise den Standard einhalten. Dann hast du ein sehr geiles Leben. Das ist für mich der Inbegriff von dem, was Deutschland auch braucht an Mittelstand. Ich muss aber sagen, ich wusste gar nicht, dass diese Fließarbeiten so gut bezahlt werden. Sehr gut bezahlt. Das hat mir meine Freundin mal erzählt. Die hat mal nach der Schule einen Zeitraum bei Mercedes gejobbt und hat die Kabelbäume und Scheinwerfer, glaube ich, oder so, eingesetzt in der neuen E-Klasse. Genau. Sie meinte, wirklich random einfach beworben, die haben sie genommen, weil ihr wurde einfach gezeigt, wo sie die zwei Schrauben reinmachen soll, Scheinwerfer rein, verschrauben oder halt wirklich Kabelbaum reinlegen und immer so reinklicken in irgendwelche Punkte. Also nicht mal wirklich anstrengend. Nee, ist wie Lego. Ja, ist einfach nur wirklich, dir wird es einmal gezeigt und nach dem zehnten Mal kannst du es eigentlich blind machen. Und ich glaube, sie hat mir erzählt, sie hat irgendwie 3000 Netto verdient. Einfach so als Aushilfe für einen Zeitraum, ich glaube, von zwei Monaten. Und ich finde das geil, dass wir in Deutschland Unternehmen geschaffen haben, die das ermöglichen. Also auch mit dem, was sie verkaufen, was sie für ein Produkt haben. Aber wenn du dort nicht Leistung bringst, dann bleibst du vielleicht im Konzern. Aber du wirst auf keinen Fall aufsteigen. Ja. So, das heißt, eine hohe Sicherheit, man bleibt drin, aber man kommt nicht hoch. Ja. In dem Schulsystem, wenn du als Lehrer existierst, kriegst du, wenn du verabachtet bist, immer einfach mehr Geld. Ja. Obwohl du einfach nur existierst. Ja. Wenn du jetzt nicht irgendwie wegen hier Dickpick-Sendern, Schülerinnen irgendwie total sanktioniert wirst, gibt es ja auch genug. Ja. Ja. Gibt ja viele. Letzter Zeit, ich glaube sogar meinen, ehemaliger Sportlehrer wurde rausgeworfen wegen sexueller Belästigung bei Mädels. Hat uns alle nicht geschockt. Also so wie wir ihn kennengelernt haben, hat uns das tatsächlich nicht geschockt gehabt. Aber dazu muss man auch wiederum sagen, meistens werden Sachen heißer gekocht, als sie gegessen werden. Weil, wer weiß, ich finde, als Sportlehrer ist es ziemlich schwer, den Grad zu halten. weil, es ist halt so, willst du jetzt Hilfestellung leisten und fässt jetzt ein 16-jähriges Mädchen irgendwie an der Schulter und an der Hüfte an, weil sie ein Salto machen soll und für sie ist es zu nah am Gesäß gewesen oder was auch immer. Oder am Brustkorb. Oder am Brustkorb und sie mag dich vielleicht nicht und will dir eins auswürgen, kann sie das halt relativ schnell machen und dann bist du halt der, der den Kürzeren zieht. Deswegen habe ich das relativ so mit Vorsicht genossen, diese Information, dass er gekündigt wurde. Das wusste ich dann. Das war wirklich sehr schade. Und sein Sohn war damals tatsächlich sogar Basketballprofi und hat bei Alba gespielt. Hat auch immer irgendwie gefühlt, jede Stunde davon erzählt, dass sein Sohn bei Alba spielt. Aber der war echt cool. Gute Info jetzt, damit man genau rausfinden kann, wer es ist. Sehr gut, Fabi. Ja, kein Problem. Liebe Grüße. Ich will keinen Namen nennen, Herr Fassler. Nein, auf jeden Fall schön reingeritt, ne? Nein, aber ich muss sagen, also... Sein Sohn war safe Mitschüler von mir. Meinst du? Du musst ja mal googeln. Also wie gesagt, ich glaube, der hieß Sebastian Fassler, der Sohn. Super. Irgendwie so. Du musst ja mal gucken. Sagen wir euch in der nächsten Episode. Auf jeden Fall, wir nennen die Episode der Pädo-Lehrer oder sowas. Keine Ahnung. Geht's? Oder brauchst du einen Lappen zum Aufwischen? Oder geht's? Okay, gut, super. Schön. Episodenname. Was macht eigentlich Herr Fassler? Wow, das wäre stark. Aber es ist ziemlich Insider-mäßig. Inside Fassler? So criminal insider. Nein, okay, komm, ich skippe das. Inside, Insider, Inside her. Vielleicht hat er auch irgendwie anders Hilfestellung geleistet. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich muss aber sagen, Herr Fassler war der krasseste Lehrer, den ich in meinem Leben hatte. Er war autoritär. Er hatte einen verdammt hohen Stellenwert bei uns Schülern, was Respekt angeht. Also, wenn Herr Fassler in den Raum kam, war erstmal wirklich Ruhe und jeder hat sich in die Hose geschissen. Gefühlt. Also wirklich. Ich erinnere mich noch zu, wirklich, als wenn es gestern wäre, hundertprozentig erinnere ich mich an den Wortnote, wie er reinkam in den Unterricht, in der siebten Klasse. Pass auf. Tür geht auf. Herr Fassler, ehemaliger Soldat, durchtrainiert, locker zwischen 55 und 60 Jahre alt, aber komplett Körperverteidanteil vielleicht 5-6%. Durchtrainiert, Sixpack, wirklich Endlevel, ja. Wenn der in der Halle auf dich gewartet hat, in der Sporthalle, saß er in der Mitte, also in der Mitte von der Halle, also auf diesen Mittelpunkt und hat einfach im Kopfstand meditiert. Du bist morgens reingekommen und er hat einfach Oberkörper frei, hat dann Kopfstand gemacht und hat meditiert und hat dich quasi so auf dem Kopfstand hat er dich angeguckt und meinte, umziehen, sofort. Einfach so, so richtig denkst du dir so, okay, Alter. Das war krass und ich weiß noch ganz genau, wir hatten den ersten Blog bei ihm, er war Geschichtslehrer und Deutschlehrer und er kam rein. Und Sport. Also Sport und Geschichte. Sport, Geschichte. Ja. Also die Kombi mitlesen. Ja, ja, er war nicht dumm. Nicht Sport, Sport, Erdkunde. Nee, nee, er war wirklich schlau. Sport, Erdkunde hatte ich übersicht im Abitur, mein Tutor. Aber dazu kommen wir mal irgendwann. Was aber auf jeden Fall, was ich auch soll, siebte Klasse, erste Unterrichtseinheit, Geschichte. Tür ist zu, wir sind todeslaut. Weißt du, siebte Klasse, jeder rennt rum, jeder schmeißt irgendwas durch die Gegend. Tür fliegt auf, als wenn das STK bei Kirsche reinkommt, ja. Bam, gefühlt Blendgranate noch reingeschmissen. Der Typ kommt rein, die Klasse denkt sich erst mal, was ist jetzt los? Und er schreit sofort los. Wer war der erste deutsche Kaiser? Und zeigt auf irgendeinen. Der Typ ist so, er sagt so, Mann, du bist dumm, setz dich hin. Bam. Erste Unterrichtseinheit beginnt. Original so. Wer war der erste deutsche Präsident? Bam, bam, bam. Kanzler, hier, dies, das. Digga, alle sind so im Schock. Ihr seid Abschauen. Einfach so, seine Aussage, ihr seid Abschauen, ihr seid dumm, setz dich alle hin, aufpassen. Wir sind einfach so, einfach zwölf, dreizehn Jahre alte Kinder, also wir sitzen da, und er hat uns einfach fertig gemacht, wie in so einem Bootcamp, so für schwer anziehbare Kinder. Aber er hat es einfach durchgezogen, bis zur zehnten Klasse. Und Herr Wassler war krass, was das angeht. Aber warst du schon am Gymnasium? Das war auf der Realschule. Das war auf der Realschule. Und Herr Wassler war, wie gesagt, derjenige, der auch, ja, mal handgreiflich wurde. Also der hat auch mal Carsten einfach mal in den Busch geschmissen, so beim Vorbeilaufen, so, na Carsten, bam, und einfach so in den Busch geworfen. Dann ist Carsten voller Tränen aus dem Busch gekrochen, nachdem ihn alle ausgelacht haben. Und dann stand er mit so einer Bastelschere vor Herr Wassler und wollte ihn abstechen. Und ich erinnere mich einfach noch an die Worte von Herr Wassler, er guckt ihn an und Carsten so voll am Zittern mit dieser Schere in der Hand. Herr Wassler guckt ihn so an und sagt so, Junge, was ist falsch mit dir? Der Typ guckt, sagt so, hast du falsch gemacht, Carsten. Gib mir an die Schere. Gib mir an die Schere. Er gibt ihm so die Schere und jetzt verpiss ich auf deinen Platz. So richtig, richtig trocken. Und Carsten so voll verheult am Zittern so und will ihm einfach so einen Stich geben mit so einer, weiß ich, wie hieß die Marke, diese Plastikscheren, die jeder von uns hatte, so diese Lights oder so Scheren, wo ich mir denke, aber vorne so abgerundete Spitzen, wenn man sich nicht schneidet. Das war schon witzig, auch wenn ich an die Schulzeit denke, ich war ja in Berlin, waren ja in der Sportschulklasse, waren wir Handball, Basketball. Wir waren so eine richtige Missgeburtenklasse. Also uns wollte wirklich, also uns wollte auch niemand Vertretung unterrichten. Also wir feiern jetzt so Geschichten ein. Ein Mitschüler von mir wurde wirklich mal von unserem, es gab so einen Musiklehrer, der hieß ja Lewandowski oder so, der hat Mitschüler von mir geschlagen. Ja, okay. Der Musikraum war so im Keller, Kubateu-Gymnasium gibt es jetzt nicht mehr. Und das war so, der Musiklehrer, der war so richtig, keine Ahnung, ich erinnere mich gar nicht mehr so gut, aber es fand eigentlich nie Unterricht statt. Sondern wir haben einfach nur immer grundsätzlich irgendeine dumme Scheiße gemacht, nicht zugehört. Also grundsätzlich Lehrer erstmal nicht zugehört. Und irgendwie kam es dann mal dazu, dass der einfach irgendwie ein Mitschüler von mir geschlagen hat. Und dann war das irgendwie voll das Thema. Aber da wurde irgendwie dann nicht mehr draus. Aber wenn ich überlege, wir waren so eine behinderte Klasse. War unfassbar. Musst dir halt vorstellen, so 14, 15, 16 Jahre alt, die Basketballer alle schon zwei Meter groß oder so. Also wenn ich zurückdenke, also ich meine, klar, ihr wart auch Spasten, aber wir, also bei uns war Schule so völlig, egal. Also es hat niemanden interessiert, was die Lehrer da irgendwie erzählt haben. Bei uns warst du halt froh, wenn du irgendwie zu irgendeinem Turnier freigestellt warst. Alles worum es ging, Turnier freigestellt, bloß nicht zur Schule gehen. Und dann wurden wir im Training sowieso so gefickt von den Trainern die ganze Zeit, dass wir, du kamst vom Training, warst völlig fertig. Hast du zusammen am Tag Sport? Ja. Also vor der Schule quasi morgens erst Einheit und danach noch mal eine Einheit nachmittags. Genau, also es war entweder so, dass wir vor, also erste, dass wir erste, zweite Stunde quasi Training hatten oder dritte, vierte. Also es war ein bisschen länger gestreckt. Wir hatten längere Pausen, damit dieser Transfer irgendwie besser funktioniert. Und du konntest eigentlich, wenn du nach dem Training in Unterricht kamst, die Unterrichtsstunde, du konntest du völlig vergessen. Es war völlig sinnfrei, danach Unterricht zu haben. Weil du einfach so fertig bist, du hast Training gehabt, dann hast du die Mittagspause und eigentlich war das Training immer so gestaltet, dass du nach dem Training schnell duschen musstest, damit du dann zum Mittag essen kannst. Das heißt, du bist völlig fertig, dann isst du so eine übertriebene Portion und dann bist du so im Foodkoma, weil du ja direkt aus dem Training kommst, dass du im Unterricht sitzt und erst mal geschlafen hast. Also wie oft ich im Unterricht da saß und geschlafen habe, deshalb weiß ich auch, dass ich, es gibt so Fächer, da habe ich halt nichts mitgenommen. Null. Wie war denn das? Du warst dann quasi in einer Klasse, also du hattest einmal Unterricht oder Training mit dem Klassenverband, also du hattest deine Leute, die ebenfalls Handball gespielt haben, aber es konnte sein, dass ihr verschiedenen Vereinen gespielt habt. Ja, in Berlin, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich in Berlin, weil das ja so groß und ein großes Einzugsgebiet hat, war es so, dass du Schultraining quasi hattest, das heißt, die Klasse und andere Klassen, wo das Training eh nicht gelegt wurde, war, haben zusammen trainiert, das waren bei uns immer zwei Klassen, das heißt, ich war ja relativ früh mit den Älteren einer Klasse, weil ich in der Grundschule eine Klasse übersprungen habe und dadurch war ich dann in der Klasse mit Leuten, die zwei Jahre älter waren als ich, das heißt, mit denen habe ich zusammen trainiert in der Schule, war aber eigentlich noch eine Jugend tiefer bei einem eigentlichen Training. Ich weiß nicht, ob du Handball so ein bisschen verfolgt hast die letzten Jahre. Nee, nicht wirklich. Aber das heißt, wir hatten da Schultraining im Klassenverband quasi organisiert und dann war es halt auf der Vereinsstruktur halt so, dass du in deinem Verein Training, also in dem Fall Füchse Berlin oder halt ein Ostverein, der noch da war, ich war ja in so einem Ostverein die meiste Zeit, wo ich herkam einfach und die meisten kamen aber so aus West-Berlin, es war richtig, Berlin ist halt einfach eine wahnsinnig schlechte Struktur für sowas, weil es einfach viel zu groß ist dafür, dass du es zentralisierst und dann halt so quasi mit denen zusammen in der Schule Training und im Verein separat und das ist halt eigentlich völlig behindert, weil du musst dir vorstellen, du fährst dann eine Stunde oder anderthalb zur Schule, um dann da Training zu haben und dann fährst du, dann hast du irgendwie 16 Uhr Schluss und dann hast du 18 Uhr Training und dann pimmelst du wie so ein Rumhänger irgendwie zwei Stunden rum in der Stadt, bis du zum Training fährst und dann fährst du nach Hause. Also du hast eigentlich total, völlig bescheuert, also würde ich einem Kind nie wieder zumuten. Also ich habe das ja mitbekommen, bei uns an der Pölscher war es ja ähnlich, habe ich immer gesehen, dass die Jungs morgens in der ersten, zweiten Stunde Sportunterricht, zum Beispiel die Basketballer waren dann in der Halle und haben ihr Basketballtraining gehabt, aber was mich halt immer genervt hat, war, also was ich mir vorgestellt habe, aus der Trainersicht, du trainierst ja dein Team auf eine, oder die Jungs trainieren in ihrem Verband und die spielen sich ja auch irgendwo ein im Verein. Weiß ja mal so, dieser Sportunterricht oder das Sporttraining ist ja so nice to have als nebenbei, aber eigentlich ist ja wirklich das Vereinstraining das Ding, wo du ja quasi wirklich auch Fokus drauf legst und dann hast du ein eingespieltes Team und ich konnte mir mal vorstellen, dass dieses Training im Schulverband sogar kontraproduktiv dafür ist, weil dann vielleicht ein Trainer ist anders gestaltet als der eigentliche Vereinstrainer. Deswegen war dann immer so, ja, dann spielst du dich irgendwie in der Schule mit einem anderen Team ein und dann musst du dich aber wieder umstellen auf das Vereinsdenken quasi oder auf die Struktur im Verein. Kannst du das so bestätigen? Ich würde es so beschreiben, dass wir in diesem, in dem Schultrainingsaspekt und generell in der Sportausbildung, dass ich würde sagen, du wurdest sehr individual technisch erstmal ausgebildet. Also dann eher so was wie Freiwürfe, nochmal so eigene Sachen mit so einem Team quasi. Genau, also jetzt im Basketball-Kontext wäre es wahrscheinlich viel Dribbling-Technik, allgemeine Abläufe, Wurftraining, Athletiktraining, also Krafttraining, Dinge, die total individual, technisch und Individualausbildung sind und im Thema Handball halt auch. Also es gibt ja allgemein technisch-taktisches Training, was du sowieso trainieren musst, Würfe, Zweikämpfe, Abwehr, also das ist ja das eine, was halt total Individualtraining ist, weshalb ich ja auch das Gefühl habe, dass man immer ein Individualsportler war, weil du ja fast nur individuell trainiert hast und dann drei, viermal die Woche mit deinem eigenen Team und das ja total komisch ist, weil du hast mit denen in der Schule mehr zusammen trainiert als mit denen in deinem Verein letztendlich, weil dann auch nicht, wenn nicht alle an der Sportschule sind, deshalb hat ja Füchse in Berlin das alles so zentralisiert, dass sie immer alle zusammen trainieren, weil es einfach effektiver ist, was insgesamt aber einfach für den Berliner Handball schlechter ist, wenn sie allen Vereinen alle wegnehmen, die kaputt machen und dann die dann am Ende keinen Bock mehr auf Handball haben. Aber das heißt früh Individualtraining, Athletiktraining und dann abends quasi nochmal Training. Okay. Ja, aber ich verstehe absolut den Hintergrundgedanken, dass du sagst, dass die, wenn die vom Training kamen, so geplättet waren. Also ich sage dir ehrlich, wenn ich so nach einem Training nach Hause komme, nach einem Training nach Hause komme, hätte ich jetzt auch keine Leistungsfähigkeit mehr, da jetzt mir, keine Ahnung, Erdkunde oder Geschichte zu geben. Ja, du erstmal in dem Alter musste man ja als Lehrer oder du musst ja als Lehrer schon echt cool sein dafür, dass du dich überhaupt dafür interessierst. Weil, wenn der Lehrer da nicht vorne ist und dir irgendwie so, ich sage jetzt mal die autoritäre Variante, was du gerade gesagt hast, mit der Lehrer kommt rein, ja wer war der erste Kaiser, der erste Kanzler, bla, der erste, der erste Bundespräsident. Über sowas kannst du ja schon mal triggern, dass es was ist, was man wissen könnte, vielleicht wissen sollte und wenn man hierher kommt, vielleicht auch ein wichtiger Teil der Geschichte ist. Das heißt, du musst es ja irgendwie positionieren. Dafür musst du als Lehrer aber erstmal auch eine gewisse Persönlichkeit, eine gewisse Autorität da reinbringen, dass das für dich wichtig ist und nicht so ein durchsichtiger Lehrer sein, der sagt, ja das sind die Sachen, die wir jetzt lernen müssen dieses Jahr und das müsst ihr in einem Test wissen. Das juckt ja keinen. Also du musst es ja als Lehrer so verpacken, dass es dir was bringt. Das ist genauso wie bei Sprache. Der einzige Grund, Sprache zu lernen, ist zu kommunizieren. Wenn du so einen Lehrer hast, der vorne dir Vokabeln durchprügelt und es kein Szenario gibt, wo du das anwendest, warum solltest du denn Lust darauf haben? Das ist ja deshalb immer so, das hat ja alles was mit Charisma zu tun, wenn ich mir an deinen Lehrer denke. Ich hatte im Abi auch, also wo ich dann am Gymnasium war nochmal, als ich auf dem Dorf gespielt habe, ich hatte einen richtig behinderten Sportlehrer und jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, über wen ich rede und das war der Typ, ganz viele konnten, der war auch Sportgeschichte, ganz viele konnten den total leiden. Zu mir war der so ein richtiger Spast und ich habe nie verstanden, warum. Ich habe einfach nicht gewusst, was eigentlich das Problem ist. Konnte er mir auch nie sagen. Also, ich weiß nicht, also dass ich jetzt ein Spast bin, so ist okay, aber er hätte mir auch mal sagen können, warum. Hast du ihn doch angesprochen, aktiv? Nö. Wo ist das Problem? Ne, ich habe das einfach nicht gecheckt. Das wäre witzig gewesen. Ja, aber ich hatte gar keinen, dafür brauchst du ja schon mal einen großen Interessenkonflikt. Ne, ein großes Konfliktinteresse. Okay, aber was heißt für dich, er war ein richtiger Spast für mich? Woran hast du das festgemacht? Also, der war immer, also auf der einen Seite hat er immer, er hat immer so getan, als würde ich denken, ich kann das sowieso alles besser. Konntest du wahrscheinlich. Also, ich konnte die Sachen, aber nicht, weil es mich, also nicht, nicht um das jetzt, Leuten in die Nase zu reiben, sondern einfach, weil ich halt mein Leben lang nur Sport gemacht habe und dann mal so Sachen wie Batman oder so, da musste ich halt im Vergleich zu den anderen, die nicht ihr Leben lang Hochleistungshandball gemacht haben, einfach weniger üben. Weil ich gesagt, gut, ist der Test gut, dann klattigt das Ding da immer hinten, der Linie ist gut. So, und ich hatte am Sportunterricht nicht so ein großes Interesse oder ich habe, also, wofür hätte ich da so groß Spaß dran haben sollen, wenn du die ganze Zeit Sport mit Leuten zusammen machst, wo du dich nicht mit messen kannst, weil sie ja nicht ein gewisses Level haben und dann, wenn du, du kannst sie, also, wenn du dann dich anstrengst, dann fickst du die halt die ganze Zeit und die können halt überhaupt nicht mitmachen und wenn du dich nicht anstrengst und einfach nur so ein bisschen mitmachst, kommt der Lehrer um die Ecke und tut so, als würdest du nicht richtig mitmachen, wo ich halt sage, okay, gut, aber was mache ich hier eigentlich? War für mich so eine völlige Fehlstruktur. Das Lustige ist, wenn ich jetzt so das reflektiere auf meine Situation, dann verstehe ich, also, in der Situation, in der du warst, ist, du warst eigentlich so oder so der Verlierer, weil, wenn du die fertig gemacht hast, dann war es so, ja, okay, Fritz, übertreib mal nicht, wir wissen, dass du krass bist und wenn du verloren hast, war es so, ja, okay, kannst du mal mitspielen, was ist das? Das ist Leistungsverweigerung und Co. Also, eigentlich warst du auf der verlorenen Position schon von Anfang an. Also, so zum Beispiel, wenn du jetzt Volleyball spielst, so im Sporthunterricht und du spielst so gemischt mit Mädels zusammen, was sollst du machen? Also, soll ich da hochspringen und dann den Ball voller Schmetterball in die Fresse. Von irgendeinem Mädchen ist halt so, okay, das ist Szenario, Fritz macht Sport. Ich habe übrigens mal eine Mädchen beim Handballspiel in der 6. Klasse die Nase gebrochen. Okay. Ich habe einen Wurf gemacht und wollte halt, ich habe einfach gespielt und sie ist einfach voll in meinen Ball reingelaufen, seitlich. Aber hast du die Nase gebrochen von einem Handball? Ja. Der war schon gut geschmissen. Also, der ist genau so an der Seite und dann, boah, die ist halt, gerannt und der Ball kam und dann so voll in die Nase rein an der Seite und die war durch. Das war schon hart. Die hat geblutet wie Sau, das war krass. Hörte ich öfter. Ich wollte dir das Tor machen eigentlich. Ja, eben. Ich habe aber sowas eher gehabt, weil ich andere Köpfe auf meiner Nase hatte. Oh. Weil vom Ball passiert es eigentlich nicht. Aber wenn du Kopf an Kopf oder so bist, das war eigentlich die schlimmste. Kopf an Kopf. Was immer auch alle nicht verstehen ist, Handball ist ein verdammt harter Sport. Also, da passieren schon viele Unfälle und alle denken immer so, so ein bisschen Handball spielen, aber der Sport ist schon hart. Ja, die Konflikte, also du hast halt, die Zweikämpfe sind krass. Du hast halt permanent so viele Zweikämpfe und das Spiel basiert ja rein spieltaktisch darauf, durch Zweikämpfe den Angriff des Gegners quasi zu unterbrechen und den Spielfluss zu unterbrechen und du kannst da, du kommst da nicht dran vorbei und du willst auch als angreifende Mannschaft in Zweikämpfe gehen, um halt Überzahlsituationen zu erzeugen. Das ist ein bisschen anders als beispielsweise im Fußball, wo du ja um die Gegner versuchst rumzuspielen. Beim Handball ist es so ein bisschen, du willst zwischen zwei Gegnern durch. Das heißt, das ist eigentlich die ganze Zeit voll auf die Fresse. Vermisse ich oft. Ich finde auch lustig, wenn du so guckst, also egal in welcher Sportart, die tun immer so, als ob Fußball so eine harte Sportart ist, aber ich denke mir dann immer so, Alter, wenn die einmal gefoult werden und sich da hinlegen und eine halbe Stunde, ey, tauscht mal bitte mit jemandem, der Handball spielt oder tauscht mal mit jemandem, der Eishockey spielt, wenn du da einen Zweikampf hast und du mal richtig weggetackelt wirst oder mal einen Ellenbogen ins Gesicht geklatscht bekommst oder ey, Basketball, wie oft ich beim Basketball in der Luft von der Seite auf einmal einen Ellenbogen in der Rippe hatte und dann beim Landen so seitlich gelandet bin und fast meinen Knie verringt habe und sowas, dann ist da so, ach, kurz wehgetan und dann läufst du halt weiter, weil das Spiel geht weiter. Da macht keiner eine halbe Stunde Pause und oh, wartet und guckt und hier und liege und dann wird da Schwalben gemacht. Hast du schon mal beim Basketball großartig irgendwie eine Schwalbe gesehen oder beim Handball, wo du sagst, okay, übertreib jetzt nicht? Man muss beim Handball sagen, seitdem die Regelung mit ins Gesicht fassen und ins Gesicht werfen so stark geahndet wird, dass das, also jetzt, wo ich nicht mehr spiele, ganz krank ist, dass dann, sobald irgendwas Richtung Gesicht ist, war bei uns auch schon so, sobald dir irgendwas sieht, du hast dich fallen lassen, also eigentlich genau die gleiche Geschichte. Ich muss manchmal für Fußball da so eine Lanze brechen, weil der Unterschied zwischen Eishockey, Handball und Fußball ist, die Zweikampfführung ist eine ganz andere. Beim Fußball springst du jemandem, der rennt, in die Beine rein und da brichst halt jegliche Bewegung an so total labilen Stellen, während du beim Handball halt jemandem eine auf dem Brustkorb klatschst, aber du täckelst den halt nicht weg. Also beim Fußball, Fußball ist jetzt nicht so hart in der Breite, weil du nicht so viele harte Zweikämpfe hast, aber wenn du jemanden beim Fußball so umtacklst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verletzt, einfach wesentlich höher, weil es weniger kontrolliert ist und das ist auch so, deshalb manchmal auch so ein bisschen idiotisch. Ich meine, ich gucke mir auch gerne so Fußball-Tacklst, so Compilations auf YouTube an, finde ich mega geil, weil die halt so richtig umgebolzt werden, aber man muss, man muss da so ein bisschen unterscheiden, wie die Zweikampfführung einfach ist insgesamt, dass das durch dieses in den Unterkörper, in die Sprunggelenke, in die Knie rein springen beim Fußball einfach dann, also die Stollen tun natürlich auch übertrieben weh und dann dieses ständig behandeln lassen. Ja, weil wenn, also wenn dich jemand trifft da, dann ist meistens halt dolle. Ja, weil ich sage dir ehrlich, wenn du in voller Fahrt beim Eishockey weggeteckelt wirst und du fliegst quasi nochmal mit voller Kraft in die Planke und liegst dann erstmal an der Seite und weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dann ist auch kurz erstmal, ich hatte auch schon Situationen, weil die Lampen aus waren kurz. Aber dann wird gewechselt, ne? Entweder wird gewechselt oder du bist schnell wieder fit, dass du kurz deine Orientierung wieder findest und dann ist so, alles klar geht weiter. Ja, das ist vielleicht der Unterschied zwischen Fußball, weil beim Fußball kannst du ja nicht so oft wechseln. Das heißt, dann muss der Spieler muss ja weiterspielen, weshalb dann der Lieber liegen bleibt wahrscheinlich und das Spiel quasi so unterbrochen wird, als jetzt beispielsweise dann direkt wieder aufzustehen oder also lieber auf dem Feld behandeln lassen und nicht in Unterzahl weiterspielen, als draußen behandeln lassen und in Unterzahl weiterspielen. Beim Handball, beim Fußball wechselst du ja einfach. Vielleicht ist ja auch nochmal so ein Faktor, der vielleicht dazukommt. Aber nochmal zurückzukommen auf eine Sache, die du gesagt hattest, wegen den Lehrern. Ich bin der Meinung, weil du hattest ja gesagt, ob es liegt am System, liegt es am, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht großartig an den Systemen liegt, dass du Lehrer hast, wo du halt sagst, ey, das war aber gut. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen auch Präferenz von dir selbst ist, welches Fach dir liegt und welches interessiert dich. Zum Beispiel war ich so ein Typ, ich konnte mit Geschichte nie wirklich viel anfangen. Gerade so, wenn diese antike Geschichte unterrichtet wurde, war dann so, ja gut, was soll ich mich jetzt mit Ägypten und Co. mit großartig beschäftigen. Hat mich dann nie interessiert, großartig. Und wenn du dann noch einen Lehrer hast, der das richtig scheiße rüberbringt, dann ist halt so Endlevel. Dann hast du zwei Komponenten, wo du sagst, okay, mich interessiert es nicht, plus blöder Lehrer, ist halt die Worst-Case-Kombi. Dann hast du noch Fächer, wo du sagst, eigentlich scheiße, aber der Lehrer ist übelst cool. Dann findest du so den Mittelweg, wo du sagst, na egal, ich mache ein bisschen mit, kriege ich wenigstens meine mündliche Mitarbeitsnote, dann ist okay. Und dann gibt es natürlich genau den Worst-Case für jeden, der zum Beispiel Sportler ist, der Sport mag und dann einen scheiß Sportlehrer hat oder der dann, weiß ich, seine Lieblings-Sportarten immer nur unterrichtet, zum Beispiel, keine Ahnung, immer nur Fußball spielen lässt und dann sagt so, ihr nehmt einen Ball und geht raus auf den Platz und macht euer Ding so, Hauptsache Unterricht ist vorbei, ist natürlich dann auch kacke, weil dann hast du auch keinen Bock auf Sport, obwohl du eigentlich dein Lieblingsfach ist. Das heißt, ich glaube, das hängt immer so ein bisschen zusammen, was ist deine Vorliebe, plus hat der Lehrer auch Bock auf das, was er macht und hat dann auch eine coole Lernmethodik, weil das ist auch immer nochmal so eine Geschichte. Ich hatte zum Beispiel immer eine Vorliebe für Mathematik und ich hatte Gott sei Dank immer coole Mathelehrer. Heißt, sie hatten eine sehr entspannte Art und Weise des Unterrichtens und nicht so verkopft oder hatten mal Eselsbrücken, die sie gezeigt haben, wo es viel leichter ist, aber dann habe ich halt bei anderen irgendwelche Methodiken gesehen für schriftliches Dividieren oder sowas und dachte so, hä, voll kompliziert, ich habe das so easy beigebracht bekommen von meiner Lehrerin und die machen da mit irgendwelchen Stufen und hier und denkt dir die Eins da und hier und wo du dachtest, hä, es geht doch viel einfacher und dann hast du halt der Person mal gezeigt, wie du es machst und die Person hat es dann gecheckt. So, das heißt, es kommt halt wirklich auch immer so ein bisschen auf die Person drauf an, die unterrichtet, ne, aber wir hatten auch noch die Thematik mit, ähm, mit Medizinern hatten wir, ne, da muss ich sagen, tatsächlich, ähm, in Deutschland, weil du ja meintest, wir haben einen relativ hohen Standard, muss ich tatsächlich ein bisschen revidieren, was es angeht, weil ich habe immer mehr das Gefühl, dass unsere Mediziner ihr Medizinstudium durchziehen, was ja sehr, sehr breit gefächert ist, ja, weil bei Humanmedizin hast du halt alles Mögliche, gerade wenn du so einen Allgemeinmediziner hast, da gehst du hin, dann der soll wissen, woher kann dein Sodbrennen kommen, wieso schläfst du schlecht, warum kriegst du jetzt keine Luft, warum siehst du jetzt auf einmal schlecht, ordne das mal alles ein, ja, da verstehe ich vielleicht noch so, dass er so ein breites Wissen hat, aber dann vielleicht wirklich die Überweisung zu Spezialisten macht, aber wenn du dann bei dem Spezialisten bist und du gefühlt besser informiert bist als der Spezialist, dann denke ich mir schon so, hm, okay, wo ist jetzt der Fehler? wenn ich zum Beispiel zu einem Endekonologen gehe und dem über irgendwelche Zusammenhänge zwischen Östrogen und Testosteron erklären muss und er dann sich quasi Notizen macht von den Informationen, die ich ihm gebe und er mich dann rausfragt, wie ich das anstellen würde und so weiter, wo ich mir denke, hm, komisch, warum muss ich dir das erklären? Ich sitze gerade in der Charité in Mitte beim Spezialisten, beim Professor weiß ich wie und er schreibt sie einfach mit. Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt kein Pumper, der hat halt noch keine vielleicht Selbstlehne-Methode. Ja, aber im Endeffekt, guck mal, das endokrine System besteht halt nun mal aus den Sexualhormonen. Das heißt, du musst dich ja irgendwo damit auch beschäftigt haben. Klar sind Blutwerte wie Blutfettwerte oder irgendwelche Mineralien wie, weiß ich, Eisenmangel und Co. auch Indikatoren für irgendwelche Krankheitsbilder. Aber wenn ich mit der Sache hingehe und sage, es war damals eine Zeit, wo ich meinen eigenen Testosteron-Haushalt wieder ankurbeln wollte. Und dann bin ich zu ihm hin und ich meinte so und so, wie sieht es aus, bla, und würde gerne das boosten. Was haben wir da für Möglichkeiten? Haben Sie da eine Theorie oder gibt es irgendwas, wo wir hingehen können? Und dann meinte er so, naja, wie stellen Sie sich das dann vor und bla. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, der männliche Körper hat ja immer als Priorität quasi, was eigentlich total dumm klingt, aber der Körper, der männliche Körper guckt immer in dem Blutbild nach, also in seinem eigenen Blutbild quasi, sucht er das Östrogen. Und wenn er merkt, ich habe zu wenig Östrogen, dann produziert er Testosteron, weil er aus dem Testosteron durch die Aromatase quasi Östrogen produzieren kann. So, dann habe ich zu ihm gesagt, naja, wie sieht es denn aus, wenn wir natürlich das Östrogen komplett auf Null setzen, wird doch der Körper seine eigene Achse wieder ankurbeln, weil er das Testosteron produzieren will, um wieder seinen normalen Haushalt an Östrogen zu gewährleisten. Und dann sitzt er da und du hast richtig gesehen, wie bei ihm so diese Lampe anging. Er hat so, ah, ja, das ist ein guter Ansatz und so. Ich meinte, ja, wie sieht es denn aus, wenn wir vielleicht mit einem Aromatase-Inhibitor arbeiten würden, wie Eczemistan oder sowas, und dann einfach Dosierungen, 5,5 Milligramm und Co. Bis auf Nullplätten, oder Gen-Nullplätten, dass wir halt wirklich eine Disbalance haben. Er so, ja, das könnte funktionieren. Und so, ja, was würden Sie denn auch machen? Und dann fing er so an, mit mir zu diskutieren, also zu reden. Da meinte ich, ja, wie sieht es denn aus mit Tamoxifen und die und bla. Er so, ja, hm, könnten wir machen. Und dann hat er so sich wirklich Notizen gemacht und war dann gewollt, mir quasi die Rezepte dafür zu geben und mich dann einfach zu begleiten, um quasi eine Studie an mir durchzuführen, so eine inoffizielle, um zu gucken, wie verändert sich mein Blutbild innerhalb der nächsten Wochen und was war passiert. Nach drei Wochen war mein Testosteronspiegel so über Referenz. Nach einem sehr, sehr langen Zeitraum, wo ich Exogen zugeführt habe. So, und das ist halt traurig, dass ich ihm das quasi sagen musste, weil ich hoffe mir da schon ein bisschen Selbststudium und auch Weiterbildung, du machst es ja nicht, also du machst es ja nicht anders. So, die Industrie und der Sport entwickelt sich ja weiter, gibt ja wieder neue Methodiken, wo man sagt, okay, keine Ahnung, die Kadenz ändert sich, weil eine Studie hat erkannt, keine Ahnung, die Kadenz ist schlauer, so in dem und dem Bereich, dann passt du dich auch an. Sagst du auch nicht, vor 20 Jahren war, aber so, dann mach ich seit 20 Jahren alles richtig immer. Ne? Nun bist du natürlich mit diesem Bodybuilding was, was die nicht so oft sehen, gerade über diesen langen Zeitpunkt. Ich glaube, da muss man im medizinischen System immer so ein bisschen gucken, die machen ja, das ist immer so schwierig, nachzuvollziehen, auch nur Dienst nach Vorschrift. Definitiv, aber ich sag mal so, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich meine, dein Testosteronmangel ist ja jetzt nichts untypisches. Ich glaube, es ist nichts untypisches für uns, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, der allgemeine Mensch und auch Mann, die ganz normalen da draußen, die im Durchschnitt übergewichtig sind, nicht fit sind, keinen Sport machen, ihren Körper nicht spüren, irgendwie betäuben mit Alkohol, Zigaretten etc., die alle meisten haben keinen Plan. Und die sehen gar nicht die Möglichkeit, dass was nicht stimmt. Absolut, aber das ist ja die Problematik, die wir allgemein in Deutschland haben mit der Medizin. Weil ich sehe immer wieder, wie, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, erkennst du einen Testosteron, also einen Testosteronmangel beziehungsweise Östrogendominanz siehst du relativ schnell bei Männern. Das siehst du anhand der Einlagerung rund um den Bauch, dieses Wässrige, dieser Look einfach, und wenn du mit denen redest, dann werden die sagen, ja, ich fühle mich so ein bisschen unfit, bin nicht mehr so stark wie früher, ich bin ja keine 20 mehr, dieser Standardspruch, aber der ruht halt wirklich darauf, dass sie einen Testosteronmangel mit einer Östrogendominanz haben. Das heißt, sie verweiblichen irgendwo in einem bestimmten Grad, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht optisch, sondern einfach innerlich. Und das führt dann auch zu Sachen wie Libidoverlust, Kraftverlust, Antriebslosigkeit, und das sind Sachen, die werden wahrscheinlich viele, die den Podcast wie ich hören und auch über 40 sind und so sagen, ey, krass, stimmt, habe ich auch gemerkt, so die letzten fünf Jahre oder sowas. Und das geht aber daher quasi, dass du einfach über den Zeitraum einfach auch den Testosteronmangel hast. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass du, ich glaube, fünf Prozent alle zwei Jahre ab einem bestimmten Alter verlierst. Also nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber es ist halt, hast du so einen Graphen, wo du wirklich siehst, ab 30 sinkt ja langsam wirklich kontinuierlich runter, bis auf wirklich fast, fast gar nichts. Findest du gut? Ich habe noch. Du hast noch? Okay. Aber, ähm. TRT kommt. Aber, ja, und das ist halt das, guck mal, TRT klingt immer so nach diesem, boah, nee, habe ich gar keinen Bock, aber TRT heißt, Testosteronersatztherapie. Das heißt, du gehst auf ein normales physiologisches Level, ja, das heißt, du bleibst in dem normalen Referenzbereich. Also im aktuellen Social-Media-Kontext heißt TRT, ich baller mir 500 Milligramm pro Woche. auch 250 ist zu viel, ja. Also 250 ist für die allermeisten ganz weit über einem Ausgleich von Testosteronmangel. Also ein normaler Mensch produziert zwischen 50 bis 60 Milligramm die Woche. So, das heißt, mit 250 hast du trotzdem das Fünffache, was du die Woche produzierst, ja. Schmeckt. Ja. Ich sag mal so, eine vernünftige TRT, wenn du es wirklich auf diesem physiologischen Level machen willst, bist du mit 100 Milligramm die Woche, weil man redet ja noch ein bisschen mit Schwund, den du nicht aufnimmst, weil die Verfügbarkeit da ja vielleicht manchmal nicht gegeben ist. Dann hast du natürlich auch Schwankungen in den Angaben, das heißt, du hast vielleicht ein Pro-ML keine 250, sondern 230 oder mal 220, je nach Lagerung und nach Alter des Öls. Aber, sagen wir mal, du injizierst wirklich 100 Milligramm, dann bist du vollkommen in Ordnung. Da wirst du auch, du kannst auch 100 Milligramm alle 10 Tage injizieren, da wirst du zwar ein paar Schwankungen haben, aber die sind nicht so riesig, dass der Allgemeine definitiv damit einen Sprung hätte und eine viel, viel bessere Lebensqualität als dieses, ja, ich lebe damit. Ja. Und das ist halt das Problem. Ich bin der Meinung, dass die deutsche Medizin dahin gehen sollte und einfach sagt, okay, passt auf, wir helfen euch dahingehend und Männer kriegen einfach Testosteron-Ersatztherapien verschrieben ab, weiß ich, 45, 50 Jahren spätestens oder sowas, dass man sagt, okay, man kann das einigermaßen ohne gesundheitliche Probleme gewährleisten. Das Gleiche funktioniert ja bei Frauen auch, wenn sie in ihre Wechseljahre kommen, kriegen sie teilweise Östrogene, damit die einfach ihren Hormonhaushalt ausgleichen und einfach wieder stabil sind. Ich finde, es geht bei mir alles so in den Bereich, dass wir einfach viel zu wenig über Vitalität sprechen und Vitalität, also auch Leistungsfähigkeit als großes Ziel haben. Weil in der Medizin so ein bisschen dieses, wie schaffen wir es denn, dass alle unsere Menschen nicht einfach nur nicht krank sind, sondern vital und leistungsfähig sind. Also das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir immer stelle. Aber das würde ja kein Geld bringen. Ja, natürlich ist das das Ende, dass das, also die Antwort ist immer, das würde so kein Geld bringen, sondern jeder Mensch muss für sich umdenken, zu sagen, okay, was, wie kann ich mein Leben besser gestalten, wie kann ich mehr so das Leben haben, ja, indem ich halt eben Vitalität in mein Leben selbst reinbringe, darüber, dass ich dann anfange, meinen Körper selbst zu spüren, weil man halt institutionell da nicht viel bekommt. Aber wenn du jetzt zum Arzt gehst und der natürlich gar keinen Plan hat, halt wie es ist, wenn man als Bodybuilder lange externe Hormone zu sich genommen hat, mich würde mal interessieren, wie der aussah selbst. Wollte ich nicht sagen. Ja, so wenn er selber... Das sah genau so aus. Also wenn er selbst aussah wie ein Aromatase-Hämmer, dann... Ja, so sah das aus, ja. Dann ist es ja klar, aber genau das hat ja auch was mit Authentizität und einem gewissen Level zu tun, wenn du in einem festen System mit den gleichen Problemen permanent konfrontiert bist, die du selbst auch hast und du gar nicht erkennst, dass die Ursache des Problems die allgemeine Lebensführung von allen sind, weil du gar nicht für dich verstehst, oh, ich könnte ja vital sein und dann hätte ich alle diese Probleme automatisch nicht. Ich meine, die Probleme, die du hast, die hast du dir ja freiwillig hinzugefügt. Safe. Indem du sagst, ey, ich will Bodybuilding auf einem gewissen Level machen, nichts davon ist gesund, es wird auch nie gesund sein und ich finde deshalb diese TRT-Marketing, dass einfach alle rumrennen und sagen, jetzt hier Stoff nehmen, ich finde es halt höchst fragwürdig. Ist das auch, ja. Weil das ja, wie du gesagt hast, hat ja nichts mit TRT zu tun, sondern mit, das ist ja TET, Testosteron Enhancement Therapy und nicht Replacement Therapy, weil es wird ja einfach nur enhanced und ich verstehe, wenn man jetzt ganz offen sagen würde, ich will halt breit sein und will mich halt geil fühlen, okay, aber es hat ja nichts mit, das unter diesem Deckmantel Gesundheit zu machen, finde ich halt. Wobei wir ja sagen müssen, diese 250 Milligramm werden dich auch nicht breit machen und du wirst aussehen wie der nächste Ronny Coman. Ja, das sowieso nicht, aber es ist ja die Frage, wie du darauf reagierst. Ich glaube, ich würde beispielsweise relativ gut darauf reagieren, weil ich ja so schon relativ früh leicht Muskeln aufgebaut habe. Das ist ja immer, ne? Ja, also ich habe mit ein paar Leuten geredet. Vielleicht auch gar nicht. Nee, ich glaube schon tatsächlich, dass das, man sieht es immer schon an der Struktur vom Körper, dass das eher knallt als bei dem anderen, aber man sagt auch, ich habe mit vielen Coaches darüber gesprochen, die selber sagen, ey, wenn du nicht auf 1ML Testo mindestens deine 10 Kilo draufpackst und wirklich auseinander bummst, ja, wirklich optisch, dann ist der Sport nichts für dich, dann lass es sein, weil du wirst sonst wirklich mit Kanone auf Spatzen schießen müssen, um irgendwie ein guter Amateur zu werden und das ist das wert. Ich sage nein, ja, also ich selber rate jedem davon ab, der nicht wirklich sich vorgenommen hat, irgendwie eine Pro-Card sich zu sichern und wo ich auch nicht noch sage, der hat doch das Potenzial dazu. Ich bin da knallhart bei meinen Coachings, wenn die dann sagen, naja, wie sieht es denn aus, ich würde gerne, ich sage nein, lass es. Wenn du nicht in der Lage bist, deine Ernährung zu 100% durchzuziehen plus dein Training vernünftig läuft, dann bringt dir das andere auch nichts, das ist sozusagen das I-Tüpfelchen oder die Kirsche auf der Sahnetorte. Wenn das andere nicht funktioniert, dann wird das es auch nicht bringen. Sogar im Gegenteil, es wird dich sogar noch kontraproduktiv beeinflussen, weil du einfach sensibel auf Sachen reagierst, du ziehst schneller Wasser, du hast andere Probleme vielleicht, deswegen sage ich auch immer, lass die Finger davon, wenn ihr ihn eh nicht schon auf 100% funktioniert und eh schon wirklich einen sehr, sehr krassen Körper und netti erreicht habt. Ich frage mich immer, wo die Denkweise herkommt, dass man ein Problem lösen könnte, indem man sich andere Probleme ins Haus holt. Ja, das ist Quatsch. Also das ist ja generell in allen Bereichen des Lebens so, dass Leute auch sagen, irgendwie, keine Ahnung, eine Beziehung funktioniert nicht, man holt sich einen Hund. Oder ein Kind. Ist dann so bindet. Ja, also es ist halt so, jetzt muss was Neues, es ist halt so, es ist natürlich ein Weg, auf dem ganz viele irgendwie Systeme weiter existieren, aber es gibt den Unterschied zwischen reine Existenz und Vitalität. Also wächst man darin, geht man darin auf, ist man glücklich darin oder geht es nur um die reine Existenz von Existenz? Und das ist, was du vorhin meintest, mit dem allgemeinen Fortschritt in verschiedenen Praktiken zum Thema Training und auch Fitnessindustrie beispielsweise. Ich war ein Wochenende jetzt in München und habe einen Podcast aufgenommen mit Sebastian Keindel und Christopher Herrmann, Coach Kuis, die sind MTMT und Keindel ist selber, der trainiert ja viele Footballer und Profis und so, immer Detectraining. Wenn du in diesen Bereich gehst und raus mal gehst aus Bodybuilding, sondern in den Leistungssportbereich und auch so, ich sage mal, wie funktioniert der menschliche Körper, wie versteht man Bewegung anders, dann kommen plötzlich ganz andere Themen, weil die große Frage beispielsweise, die man sich zuerst stellen kann, jetzt auch mit dem Kontext, mit dem Stoffen, warum wollen Leute denn eigentlich Stoffen? Warum willst du dieses Risiko eingehen? Macht es überhaupt Sinn, so ein Risiko einzugehen, nur weil du dich im Kontext Fitnessstudio XY mit Person A, B, C vergleichen willst? Ich sage dir ehrlich, 90% der Leute Stoffen, weil sie faul sind. Weil sie als Ziel haben, breit zu werden, aber den Weg dahinten nicht gehen wollen und sich dann erhoffen, naja, dann ramme ich mir alle drei Tage mal eine Spritze in den Arm oder einen Arsch und dann wird es schon. Und dann kommt die bittere Realität, dass sie das halbe Jahr lang machen und das Einzige, was kommt, sind dann einfach Pickel und Pickelnarben und irgendwie sehen die und behaart und dann werden sie irgendwie dick, weil die Aromatase irgendwie einsetzt, weil ihr KFA eh schon scheiße war, ja, desto höher der KFA, desto höher hast du die Aromataserate gesetzt und wenn du dann noch zu viel Testosteron hast, dann muss man das Testosteron dann machen. Wenn du keine Muskeln hast, wo es ansetzen kann, keine Rezeptoren, die es aufnimmt, dann geht es in die Fettzellen und wird einfach zu Östrogen und dann hast du erst Rechtprobleme. So, dann kriegst du auf einmal Brüste, ja, dann tun die Nippel auf einmal weh, dann jucken die, dann denkst du dir so, hm, was ist jetzt los? Dann bist du aber so dumm, dass du noch keine, kein Fachwissen dazu hast, dann ziehst du das irgendwie ein paar Wochen lang hin, dann bist du wahrscheinlich sogar noch Kassenpatient, dann findest du keinen Termin bei irgendeinem Facharzt und dann hast du einen halben Monat später die ersten Knubbel drinnen, die nicht mehr reversibel zurückgehen, dann hast du zwei Monate später deinen ersten Termin oder hast du eine Mammographie oder irgendwas und dann sagen sie, ja, herzlichen Glückwunsch, Güne Kompastie. Dann gehst du zum Arzt, wenn du es wegoperieren lassen willst, dann kostet es jetzt 4000 Euro, weil es ist ja eine Schöne zu P. Okay, super. Ein Problem mit einem anderen Problem gepimpt. Absolut. Und dann, ich meine, Bodybuilding ist ja ein extrem harter, undankbarer Lifestyle. Also wenn man ganz ehrlich ist, es ist ein Schönheitswettbewerb, für den du wahnsinnig viel Aufwand betreiben musst, dafür, dass du einen Körper hast, der eigentlich nichts kann. Also du hast einen Körper, der ist, du bist riesengroß und kannst damit aber eigentlich keine Aktivität durchführen, die jetzt, ich sag mal, in Richtung Sport geht, sondern du bewegst, also du bewegst Riesenmuskeln mit dir rum, die wahnsinnig viel Geld kosten, die musst du wahnsinnig krass ernähren, ist extrem wartungsintensiv, also irgendwie ist so, Bodybuilding, Nutzenfaktor ist gleich Null. Also so ein Bodybuilding-Körper ist so ein bisschen wie diese, kennst du diese Dragcars, die nur zum Viertelmeilen fahren, gebaut werden, mit so gefühlt so Raketenanträgen. Ja, wo du drauf trittst, einfach hinten schon eine schwarze Wolke rauskriegst. Genau, also dieses Ding, das, ne, nur Automatik, du kannst nicht schalten, du sitzt nur drin und bist fit, um auf den Knopf unten aufs Pedal zu pressen, dafür, dass du in, weiß ich, wie schnell ins Ziel kommst. Aber mit diesem Auto, du kannst mit dem nichts anfangen, fährt nur mit Flugzeug, mit Kerosin, eigentlich nur Wartung, also nach jedem Rennen musst du eigentlich, whatever, jetzt kann ich sagen, Zündkerzen tauschen oder so, kein Plan, ich habe keinen Plan von Autos. Und du hast nur Wartung, du kannst damit eigentlich nichts machen, außer sagen, ich habe das. Ungefähr so ist ja ein Bodybuilding-Körper auch. Also diese reinen Bodybuilding-Körper, absolut. So, und dann ist immer die, also ich finde, das ist ja, das steht ja so für sich, das kann man ja machen, wenn man das machen will. Man muss halt dann irgendwann mal die Frage stellen, warum mache ich das? Macht mir das so viel Spaß? Bringt es mir so viel Freude, dieses Gefühl im Training, dass das wirklich genau mein Ding ist und dass ich da bleiben kann und da bleiben will? Oder muss man dann auch mal ganz ehrlich zu vielen sein und sagen, ey, hast du nicht mal, also warum machst du das? Gibt es vielleicht Sport, also gibt es Dinge, die dir mehr Freude bereiten würden? Weil ich glaube, dass es einfach ganz, ganz viele abschreckt, dass diese Bodybuilding-Welt so oberflächlich dasteht und nur darauf reduziert, wie du schon aussiehst. Ja. Weil ganz viele gehen einfach nicht ins Fitnessstudio, weil die das total dämlich finden und ich in gewisser Weise auch nachvollziehen kann, dass sie es dämlich finden, weil es ja, wie wir gerade beschrieben haben, nicht besonders viel Funktion hat und wenn es dann nicht darum geht, dass du dabei besonders viel Freude hast und an dem Punkt, an dem du sagst, du willst nachhelfen, dann ist der psychologische Faktor ja noch größer, weil welches Problem willst du denn gerade damit lösen, dass du noch eine Schippe oben drauf setzt? Wenn die Ambition ist, ich möchte diesen Schönheitswettbewerb auf Level XY irgendwann gewinnen und jeder, der sich das Ziel setzt, vollkommen legitim zu sagen, er macht das, aber jeder, der das nicht machen will, ist ein extremes gesundheitliches Risiko, also extrem, es ist immer damit verbunden, dass du potenziell Probleme dabei oder danach haben wirst, es ist eigentlich sicher, dass das auftreten wird und dann ist immer die Frage, was ist das für ein Leitbild, dass das in Fitnessstudios rumrennt? Das ist zum Beispiel in Dubai so eine Geschichte, wenn ich mir ein Bein aus dem Gym zum Beispiel vor Augen führe, das gefühlt so, okay, ist das hier in der Apotheke? Das Lustige ist, weil das so die Leitkultur ist von Bodybuilding. Ja, das Lustige ist, in Dubai ist es ja so eine Grauzone mit den Steroiden, da ist es ja eigentlich verboten, eigentlich sind das rezeptpflichtige Medikamente, aber eigentlich gibt es niemanden. So, pass auf, dort gibt es einen sehr bekannten Bodybuilder, der hat, der macht es einfach am quasi helllichten Tage, der hat ein eigenes Labor, ich weiß nicht, ob er es direkt in Dubai hat, aber er hat quasi ein eigenes Labor, hat seine eigene Marke, seine eigene Anabolika-Steroid-Marke und vermarktet diese im Minus Gym einfach an die Kunden und er bringt quasi in einer Tüte die Stoffsachen vorbei, ins Training, gibt dir die auf einer Trainingsfläche und die Leute bezahlt und dann haben sie ihre Wachstumshormone, ihre Testosteron und Co. einfach gekauft und das juckt niemanden dort. Absolut niemanden. Das ist krass. Im Oxygen Gym zum Beispiel in Kuwait hattest du ja vorne in der Rezeption einen Doktor-Room quasi, Doktor's Room und der hat sich einfach beraten dahingehend, also du hattest richtig eine Steroid-Beratung vor Ort und hast sogar eine Injektion bekommen, wenn du wolltest, du konntest quasi dort direkt alles einkaufen und dich quasi dort direkt spritzen lassen in den Gym. Auch wenn ich von dieser Kultur nichts halte, finde ich es besser, wenn das ein Profi initiiert, als dass Leute das selbst initiieren. Ja, absolut. Also der Prozess des etwas Externes in den Körper initiieren, was da jetzt, also man sollte sich auch nicht selbst impfen, nur so eine Idee. Also als Beispiel der Prozess des Infektionsrisiko, weil zu Hause sich irgendwas spritzen, ich meine gut, Diabetiker kennen das, klar, das geht und so, aber es geht schon besser, gerade weil Steroide gehen ja IM, intramuskulär, ist nochmal was ganz anderes als Subkutan mit Insulinspritzen. Es gibt ja Dinge, die spritzt du IM und es gibt Dinge, die spritzt du Subkutan. Das ist ja ein Unterschied auch bei den ganzen Steroiden. Also du kannst, Subkutan sage ich, okay, Infektionsgefahr deutlich überschaubarer. Sobald du IM bist, hast du so viel mehr Struktur, da reden wir darüber, wo verlaufen eigentlich Gefäße, wo verlaufen auch Nerven. Du kannst ja auch Nerven treffen. Genau, also ich finde, ich meine Bodybuilding, die Bodybuilding- Man lernt es aber auch um der Zeit. Ja, du kannst alles, weißt du einfach, wohin und wie und was. Aber ich glaube, jeder, der enhanced ist, hat hundertprozentig schon mal was getroffen und das ist nicht cool und das ist jedem passiert, mit mir inkludiert. Und das Schlimmste ist, wenn du quasi beim Injizieren merkst, dass du irgendwie eine Blutbahn triffst. Ja, ein Gefäß, ja. Oder ein Gefäß durchstochen hast und quasi weiter durchdringst, injizierst und das Öl rutscht dann quasi beim Ausdehnen ran und kommt dann irgendwie zu einem Bruchteil mit in den Blutkreislauf und dann merkst du so, erstmal merkst du gar nichts und auf einmal merkst du so einen metallischen Geschmack auf der Zunge und denkst dir so, hm, auf einmal fängt es an zu kratzen im Rachen und denkst dir so, hm, okay. Und dann kriegst du den Hustenanfall deines Lebens. Du denkst wirklich, du erbrichst gleich vor Husten und das ist mir einmal passiert, ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen ist, ich habe, warum auch immer, frag mich wirklich nicht, warum ich das gemacht habe, ja, aber ich habe die Injektion gemacht, während ich gegessen habe. Also ich habe quasi einen Löffel genommen, in den Mund gestopft, dann irgendwas gemacht, injiziert, noch einen Löffel genommen und dann, und dann habe ich, während ich einen vollen Mund hatte, gemerkt, scheiße, ich habe diesen metallischen Geschmack auf der Zunge, ich werde gleich Husten um mein Leben und ich konnte dann aber das Essen nicht mehr schlucken und ich habe überall hochglanzweiße Möbel gehabt und einen hellen Teppich und dann fängt, fängt wirklich an, dieser Hustenkrampf und ich mache noch so meinen geschlossenen Mund, und auf einmal habe ich einen Hustenanfall, ich habe rote Beete gegessen, Alter, meine Möbel sahen aus, alles war voll mit roter Beete, meine Wände, alles. Ich so, fuck, ich so, okay, was mache ich jetzt? Dann gucke ich, ich glaube, mein Bein war es und ich muss irgendwas getroffen haben, es spritzte raus, wie aus einer Fontäne, das spritzte locker einen halben Meter, so ein ganz dünner, sah aus wie ein Faden und es spritzte einfach die ganze Zeit durch den Raum und ich so, oh fuck und dann dieses da Blut, da Brote Beete überall auf meinen Möbeln, ich so, oh shit, habe ich dann erstmal irgendwie versorgt und dann musste ich aber irgendwie los zur Klausur oder, ich weiß, ich hatte auf jeden Fall einen sehr starken Zeitdruck und ich habe es irgendwie morgens noch schnell gemacht, Alter, wirklich nie wieder, macht es nicht, macht es am besten in einem gefließten Raum. Tipp, macht es am besten gar nicht. Ja, macht es am besten gar nicht, definitiv, das haben wir aber schon mal gesagt, das wende mich wirklich in die Richtung, Bodybuilding Pro Card oder wirklich Bodybuilding Contest machen willst, lass es einfach sein. Du hast Geschichten. Ja, ey, aber nochmal zurückzukommen, weil du ja gesprochen hattest von der Vitalität. Ich bin auch der Meinung, in anderen Ländern priorisiert die Medizin das schon eher. Zum Beispiel in Amerika haben wir ja diese Anti-Aging Farms und Co., wo es ja wirklich auch darum geht, dieses Healthy Lifestyle und Wellbeing und Co., wo du wirklich sagst, okay, ich kann hin und habe dort eine Beratung bezüglich Wachstumshormonen in Mini-Dosierungen als Anti-Aging oder halt Testosteronersatztherapie und Co. Und du kannst es dort quasi problemlos bekommen und da wird dir kein Riegel vorgeschoben wie in Deutschland. Hier hast du das Gefühl, du musst wirklich förmlich darum betteln, dass dir jemand hilft. Das stimmt. Das liegt natürlich auch an den großen Unterschieden, glaube ich, im System der medizinischen Versorgung, dass bei uns in Deutschland jeder das Recht auf medizinische Versorgung hat. Selbst ein Obdachloser wird bei uns in Krankenhäusern behandelt. Ist das ein gutes Zeichen für die Qualität unseres medizinischen Systems in der Spitze? Weiß ich nicht. Ist es humanitär gesehen wesentlich besser als das, was in den USA ist? Und deshalb richtet sich natürlich die Industrie der USA an die, die bereit sind, dafür zu bezahlen, auch die medizinische Industrie. Und bei uns ist es natürlich ein solidarisches System, das deshalb vielleicht auch an seine Grenzen kommt, wo es darum geht, dass alle einzahlen, was ich oft genug sehr frech finde, dass ich, der nie krank ist und krank sein kann, ganz schön viel da einzahle. Bist du gesetzlich versichert? Ja, noch. Noch, freiwillig gesetzlich. Was heißt noch? Ich überlege, ob ich rübergehe in die Private. Überlege ich immer wieder, weil die Kosten einfach so viel geringer sind. Ich gebe dir mal einen Kontakt, einen sehr, sehr guten Freund von mir, der ist extrem spezialisiert auf den Themen. Der kann dich da gerne beraten. Wegen der Selbstständigkeit und wegen des Personal Trainer-Dings, weil wenn ich ausfalle, ist immer so ein... Also ich falle zwar nicht aus, habe immer Angst, auszufallen, weil... Nee, aber macht das mal, hör dir mal die Angebote an, der ist nicht weit von uns hier entfernt, in Reineckendorf. Super Typ. Deshalb, wo ich dann dieses Ding sehe, wir kümmern uns hier darum, dass jeder eine Allgemeinversorgung bekommt und deshalb in der Spitze haben wir nicht die Qualität und die Perspektive. Da muss man irgendwie dann wahrscheinlich kulturell und gesellschaftlich Abstriche machen. Ja. Ja. Dann wissen Sie ja, das war's. Aber das ist ja das Krasse, weil du schon angesprochen hast, als Privatpatient ist es schon anders. Absolut. Ja, weil du einen anderen Satz... Na, du hast... Für die, die es nicht verstehen, wir haben ja in Deutschland diese G-O-E, also... Gebührenverordnung für Ärzte. und danach richtet sich das. Das heißt, Ärzte dürfen nicht einfach willkürlich sagen, hier, keine Ahnung, Nasenuntersuchung, da steht drin, Nasenuntersuchung und hat Preis XY und 60 Euro. Ja. Und bei... 58,20 Euro. Ja, so eine Beträge sind das immer. Ja, genau. Und bei Privatpatienten können die einen zweieinhalb bis dreifachen Zuschlag machen. Das heißt, die kriegen für die gleiche Tätigkeit einfach 180 Euro oder 150 in dem Fall oder irgendwie sowas. Und natürlich ist ein Arzt gewollter einen Privatpatienten zu nehmen, weil er sich denkt, ey, ich mache die gleiche Arbeit, aber kriegt das dreifache an Geld und das merkst du jetzt schon, also... So wie jeder andere selbstständig oder arbeitende Mensch und Betrieb auch. Absolut. Aber du merkst halt wirklich in der Art und Weise des Umgangs mit dir als Patient, aber auch die Möglichkeiten, die du bekommst, sind deutlich anders als die der Kassenpatienten. Privat, private Krankenkassen zahlen durchaus auch dann andere Sachen, also zum Beispiel jetzt in der Gynäkologie, in der Schwangerschaft beispielsweise, kriegst du eine andere Versorgung, mehr Ultraschall, Safe. Also das weiß ich ja aus erster Hand aus unserer Praxis. Du hast einfach auch andere, also du hast einfach eine andere Leistung, die damit... Ja, du hast auch allgemein zum Beispiel so eine Sache wie, ich trage ja Kontaktlinsen, so, und irgendwann hatte ich immer wieder vorgehabt, mir die Augen lasern zu lassen, weil mein Augenarzt meinte, ey, wenn die Werte drei Jahre konstant bleiben, macht es dann deutlich Sinn, so wenn ab 30, dann verändert sich das nicht mehr so stark. So, alles klar, jedes Jahr meine Werte überchecken lassen, seit drei Jahren konstant geblieben, hab mir das dann angeguckt und einfach diese Augenlaser-OP wird von der Krankenkasse übernommen, zu 100%. Ja, weil die Krankenkasse nämlich anders rechnet und sagt, was ist denn preiswerter? Die Augenlasern zu lassen oder für immer Kontaktlinsen Kontaktlinsen, Brille, Untersuchungen des Auges und Co. Und natürlich ist es für die schlauer zu sagen, okay, wir investieren einmal die 2.000, 3.000 Euro und dann ist Ruhe und dann hat er auch einen viel besseren Lebensstandard, weil keine Kontaktlinsen mehr, Auge ist nicht gereizt, es können keine Infektionen passieren und, und, und. Und im Sinne der privaten Krankenkassen, ich meine, es ist ja eigentlich ein ziemlich smartes Konzept, die meist, also der größte Teil in den privaten Krankenkassen sind ja Leute, die tendenziell im Berufsstand ein bisschen höher sind, also die einfach, da kommt man ja auch nur hin auf Basis gewisser Eigenschaften, das heißt, die arbeiten oft mehr, sind disziplinierter, das ganze Konzept der privaten Krankenversicherung ist ja, dass die Leute nicht krank werden. Na privat ist ja, hast du ja wirklich eigentlich nur die Möglichkeit als Selbstständiger reinzukommen. Oder als Beamter? Als Beamter musst du, aber dort hast du ja die Beihilfengeschichten und da hast du ja relativ günstige Beiträge, weil die Hälfte wird von der Beihilfe bezahlt, die andere Hälfte zahlst du und die andere Möglichkeit ist als Angestellter, aber dann musst du ein Jahresbrutto haben von, der Betrag ist hochgegangen, der war mal bei 63.500 Euro im Jahr und ich glaube, der ist jetzt bei 68.000 oder 65.000 irgendwie so, das heißt, man muss mindestens 65.000 Euro im Jahr verdienen, dass du überhaupt die Chance bekommst, dort aufgenommen zu werden. Das ist natürlich eine sehr starke Selektion. Ja. Und dann hat die Krankenkasse natürlich, also bei der privaten Krankenkasse merkst du ganz klar, die haben das Interesse, dass du natürlich nicht krank bist. Ja, aber das Schöne ist, ich vergleiche das mal jetzt, ich hatte ja den Fall, achso, es gibt noch eine Voraussetzung, du musst mindestens ein Jahr in der freiwillig- gesetzlichen sein, um danach zu switchen. Das heißt, du musst wirklich ein Jahr lang dieses Gehalt bekommen, um dass die Sicherheit haben, dass du halt wirklich auch da in diesem Bereich bist, weil rausfliegen tust du erst, wenn du unter 51.000 bist. Also das heißt, der Einstieg ist schwerer als der Rauswurf aus der privaten. So, aber ich hatte ja den Fall gehabt, eine Zeit lang hatte ich die freiwillig gesetzliche, also das heißt, eigentlich verdienst du genug, um in die private zu kommen, dann rutschst du aus der gesetzlichen in die freiwillig gesetzliche, das heißt, du hast keine besseren Leistungen, zahlst aber mehr, zahlst viel mehr, weil es geht ja prozentual, ich glaube, damals waren es 15,9% von deinem Brutto. Ich glaube, das waren irgendwie fast 1.000 Euro bei mir, die ich monatlich gezahlt habe und am Ende vielleicht die gleichen Leistungen hatte, einfach bei der TK war und einfach nichts bekommen habe. Dann habe ich damals mit meinem Makler gesprochen gehabt, der meinte, ey, du kannst in die private wechseln, du zahlst nur 780 Euro im Monat, plus du hast den Vorteil, dass du privat versichert bist, plus deine Leistungen sind besser und wenn du gar nicht zum Arzt gehst und keine Rechnungen einreichst, bekommst du 3.000 Euro von dem eingezahlten Geld zurück auf dein Konto. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, es sind jetzt 10.000 Euro netto eingegangen für die Krankenkasse, davon waren ja 5.000 von mir und 5.000 von meinem Arbeitgeber, weil das splittet sich ja immer. Das heißt, von diesen 5, die ich eingezahlt habe, kann ich mir bis zu 3.000 Euro zurückholen und kann damit machen, was ich will. Natürlich, vorausgehend, ich habe keine Wehwehchen gehabt und habe nichts eingereicht. Das Coole ist, du kannst die Sachen einreichen, sagen wir mal, du hast eine Untersuchung gehabt, 500 Euro. Rechst du ein, holst du die 500 Euro zurück. Am Ende des Jahres merkst du, das war die einzige Rechnung, die ich hatte, eigentlich würdest du deine 2.500 Euro, wärst du eher ein Plus, aber die hast du nicht bekommen, weil du hast was eingereicht. Dann kannst du einen Antrag stellen auf Rückkauf der Kosten, dann zahlst du denen die 500 Euro zurück und kriegst dann dein Boni von 3.000 Euro ausgezahlt. Das heißt, du hast 3.500 Euro gewinnen. Dreck. Das wissen aber auch nicht wenig Leute, weil viele sind dann immer so, naja, dann zahle ich erst mal selber und guck mal und kalkuliere, müsst ihr nicht machen. Ihr könnt eure Kosten quasi zurückkaufen, eure Schäden quasi regulieren selber. Dinge, über die, glaube ich, einfach zu wenig Leute in unserem Land vernünftig reden. Ja, weil jeder über Geld spricht man nicht. Genau. Aber man könnte sich ja gegenseitig helfen, indem man so eine Formation einfach mal preisgibt. Genau. Welcher Lehrer ist gerade von der Schule geflogen wegen sexueller Belästigung? Ja, das ist ja was anderes, aber ich sag mal so, was interessiert mich das, ob du 3.000 Euro Prämie bekommst oder nicht? Ich hab ja nichts davon. Aber es freut mich, wenn du sie bekommst, weil du kannst ja, weiß ich, eine nächste Kamera kaufen und unser Podcast verbessern. Was ich realistischerweise sogar tun würde. Ja, genau. Aber das hat ja was mit Gönnen zu tun und damit, dass man auch, ja ich weiß nicht, diese Nichtsgönner-Mentalität ist super anstrengend. Absolut. Gerade YouTube-Kommentar. Ja, gut, aber darüber, wirklich, wir haben darüber schon oft geredet und ich muss mir das täglich wieder vor Augen halten, dass 90% der Leute, die negative Kommentare machen, dir eigentlich im echten Leben leidtun würden. Also das wären einfach irgendwelche Opfer, wo du denkst, so Mann, heizt das Maul. So, geh mir aus, okay, im Real Life würden sie nicht mal was sagen, weil sie Angst hätten, aufs Maul zu bekommen. So, aber dir die dann anfangen zu trollen, wenn du mit denen eine Interaktion kommst, rudern die entweder zurück oder sie sind einfach dann, du merkst, das Intellektuelle bleibt ein bisschen auf der Strecke und dann werden die nur beleidigen und ich hatte erst letztens eine Diskussion, weil ich ein Reel gemacht hatte über eine bestimmte Menge an Wasser, die man trinken soll und ich habe halt Argumentationen gebracht, wo ich gesagt habe, so ja, für Leute, die jetzt nicht unbedingt viel Sport machen, sind so zwei bis vier Liter am Tag sinnvoll. Viel zu viel, die so und so Behörde sagt, 1,4 Liter am Tag reichen. Ich sage so, ey, die WHO hat uns auch erzählt, dass wir uns alle impfen lassen sollen und was weiß ich, was ich meine und dann sage ich zum Beispiel, dass der Körper allgemein zwei Liter Wasser am Tag verbraucht durch deine Aktivität, wenn du nur lebst, dann ist doch klar, dass du mindestens diese zwei Liter wieder auffüllen solltest und wenn du noch Sport machst und Co., kann es sogar viel, viel höher rutschen. Also kann ja, bei mir sind locker sechs bis acht Liter am Tag drin, wenn ich ein späres Beintraining mache und Co. trinke, ich meine drei Liter locker. Ja, und dann sind auch andere Getränke noch am Tag drüber. Also meine fünf bis sieben Liter habe ich safe immer drin. Dann schreiben die mir unter die Kommentare, ja, du wirst safe Nierenprobleme bekommen und Co., deine Filtrationsrate ist dann bestimmt voll schlecht. Wo ich mir denke, das ist, das können wir doch nicht verallgemeinern. Dr. Google hat wieder zugeschlagen. Ja, genau. Aber da denke ich mir so, ich wiege 130 Kilo. Ich sage zum Beispiel, mein Coach ist immer, nimmt circa ein Liter Wasser zu euch pro 20 Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, so ein 100 Kilo Athlet kann locker mal seine fünf Liter am Tag trinken, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass eine Niere kaputt geht. Oder? Denke ich, denke ich mal auf jeden Fall, ergibt irgendwo Sinn. Das ist genau gleich ein Problem wie, ja, mit der Kreatin-Thematik. Ja, dass du sagst, es macht halt Sinn, das in Relation zu setzen mit dem Körpergewicht. Es gibt halt immer so allgemeine Formulierungen aufgrund von irgendwelchen Regulationen, etc., die dann einfach in der realen Welt nicht so viel Sinn machen. Ja, naja, weil du musst halt irgendwo Lebensmittel, Industrie oder die Behörden sagen, es ist unbedenklich, drei Gramm am Tag zu konsumieren. Da ist doch klar, dass jeder Hersteller raufschreiben wird, nimmt drei Gramm Kreatin am Tag als Verzehrmenge. So, weil die damit auf der sicheren Seite sind. Wenn die raufschreiben würden, nimmt ein Gramm pro Kilo, zehn Kilogramm Körpergewicht, wird es immer Heinis geben, die das Doppelte machen? Es wird rein rechtlich, glaube ich, nicht, keine Ahnung, ich verstehe es, ich bin ja, hab mir nicht studiert. Aber du merkst halt ganz klar, bei all den Themen, die wir immer wieder haben, ich meine, so Eigenverantwortung und Selbstwahrnehmung, es ist so ein großes Thema, was an so vielen Bereichen einfach vorbeigeht, weil die Selbstverantwortung, so Disziplin oder auch eigene Zielsetzung und Ambitionen einem so abkonditioniert wird, also du steckst, also gehst von System zu System zu System und Systeme sind ja immer nur vereinfachte Formen davon, wie die Sache wahrscheinlich wirklich funktioniert. Also alles, was wir irgendwie methodisch oder systematisch versuchen darzustellen, ist ja nur der Versuch einer systematischen, vereinfachten oder methodischen Darstellung von dem, wie die Welt wirklich ist. Das ist ja das Gleiche mit der Schule, wo wir beim Thema Lehrer waren. wie ein Lehrer versucht dir durch eine Systematik, Methode oder Vereinfachung zu erklären, darzustellen, wie die richtige Welt wirklich ist. Fällt dir sehr schwer, wenn du in der richtigen Welt noch nie irgendwas gemacht hast. Und das ist ja, gerade wenn du jetzt so wie du in einen Beruf gehst, in dem man wirklich auch mal denken muss, merkt man ja relativ schnell, dass in dem Bereich, wo es dann um Effektivität und Effizienz geht, man immer den Weg geht, der so wenig wie möglich Arbeit mit sich bringt, bei größtmöglichem Erfolg. Was in der Schule beispielsweise ganz oft, du lernst so Dinge, wo die du nie wieder in deinem Leben, also bestes Beispiel, Geschichte. Ich habe aus dem Geschichtsunterricht nichts gelernt, weil das Einzige, was da vermittelt wurde, waren leere Informationen ohne Zusammenhang. Oder weißt du noch, wodurch sich irgendwelche Völker ausgezeichnet haben? Was ich mir gemerkt habe, ist, dass das antike Rom, wo wir vorhin bei dem Thema waren, sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es infrastrukturell sehr viel fortschrittlicher gedacht hat, als andere Völker, wie zum Beispiel wir, die Germanen, die Bauern, die weiß ich nicht, das noch nicht so weit waren. Und gut, daraus könnte man jetzt ablesen, dass wir gesellschaftlich uns vielleicht darauf konzentrieren sollten, ob wir das so gut machen, weiß ich nicht. Aber weißt du, das ist genauso, wie du musst ja immer einen gewissen Bezug und eine gewisse Begründung und Motivation dahinter haben, dass du dich mit irgendwas beschäftigst. Und wenn Vitalität beispielsweise in der allgemeinen Sprache, die wir nach außen führen, nicht wichtig ist, wie sollen wir denn dann das Augenmerk oder die Perspektive darauf lenken? Das ist, wenn wir zum Beispiel die, die unser Land füllen, Politiker, wenn man den Vitalität und Leistungsfähigkeit körperlicher Natur nicht ansieht, ist es ziemlich schwer für die, das irgendwie nach außen zu kommunizieren, weil du kannst, du glaubst doch niemandem, der aussieht wie in einem Aromatase-Hämmer, dass er dir was von Leistungsfähigkeit erzählen kann. Absolut nicht. Also das ist so, deshalb ist ja diese ganze Authentizität bei dieser Lehrergeschichte auch so wichtig, wenn du diesen einen Lehrer hast, der irgendwie Soldat war, der war bei der Bundeswehr. Und der kommt rein und sagt halt im Problembezirk zu Problemschülern, wer ist das, was ist das und bekommt so halt eine autoritäre Wirkung und kriegt dadurch Respekt, dann hat er schon mal eine Sache, die die meisten anderen Lehrer in dem Umfeld, wo es viel auch um Respekt geht und dass du überhaupt erst wahrgenommen wirst, dann hat er was, was viele andere gar nicht haben. Und das halt dann auch trotzdem authentisch und vielleicht ein Weg, die dafür, jetzt zu begeistern, weiß ich nicht, aber die darauf aufmerksam zu machen, dass es jetzt was ist, was sie wissen können, sollen und auch können. Und dann kann man im nächsten Schritt halt sagen, okay, wie sorge ich jetzt dafür, dass Emre, Kevin und Fabi wissen, wer der erste deutsche Kaiser war? So, kann man sich dann fragen. Interessiert es die? Weiß ich nicht. Also deutsch-polnische Geschichte beispielsweise ist auf jeden Fall involviert. Deutsch-türkische Geschichte. Alter, dieses Zweiter-Weltkrieg-Ding, das hat sich gefühlt meine ganze Oberschule langgezogen. Ja, weil es ja auch extrem inhaltsreich war. Ja, aber irgendwie, wie viel ist davon hängen geblieben? Nix, null. So, die wichtigsten Hardfacts sind hängen geblieben, so, wer war involviert, von wann bis wann ging der Krieg und, ja, so Side-Effekt, also so, klar, wenn du irgendwie aus einem der Länder kommst und dich damit identifizierst und vielleicht sogar in dem Land warst, was darunter am meisten gelitten hat, informierst du dich ein bisschen mehr, aber aus eigener Initiative als, weiß ich, ein Türke, juckt es null, was Hitler mit den Russen und den Polen gemacht hat. So, das wäre, ja, super, interessiert mich null. Eben. Der freut sich über sein osmanisches Reich und wie krass die damals geritten sind mit ihren Pferden und Co. Und, ja, ist halt so. Und das Bezug halt total, total entscheidend, ne? Absolut. Und dann, zum Beispiel, das DDR-Thema ist bei mir relativ stark hängen geblieben, weil ich halt eine klassische ostdeutsche Familie habe, eine klassische DDR-Familie, und dementsprechend du halt einfach auch nachvollziehen kannst. Aber du brauchst ja einfach geile Lehrer, die dann versuchen, jeden individuell abzuholen. Und das wird, glaube ich, schwer, wenn du einfach nur deinen Job nach Vorschrift machst. Und das ist ja wieder eine Frage von, also von Ambitionen auch einer Lehrkraft, eines Lehrers. Was für ein Lehrer oder was für eine Lehrerin willst du eigentlich sein? So, und ich glaube, ganz viele stellen sich die Frage einfach nicht, weil sie ihr Geld jeden Monat bekommen und dann sagen, ja gut, ob ich jetzt hier D-Level bin oder A-Level bin, ja egal, also, so, und das ist halt was, was, glaube ich, auf Dauer diese deutsche Durchschnittlichkeit so nach unten treibt und nicht nach oben. See, absolut. Ja. War gut, oder? Ich würde auch sagen. Dann lasst die Leute mal wieder in die Kommentare schreiben, welche Themen können wir denn nächstes Mal besprechen. Ansonsten fällt uns bestimmt wieder ein Quatsch ein. Ich hatte mir für heute eins aufgeschrieben, aber nächste Woche. Das stimmt. Hat es ja was. Ja, das ist halt so, man telefoniert, Quatsch über ein Thema und am Ende kommt genau was anderes bei rum, aber, ja, schreibt gerne mal trotzdem in die Kommentare, wie ihr euch das Ganze gefallen habt, gebt mal euren Sinn dazu und bis zum nächsten Mal. Haut rein.